So, schönen guten Morgen noch einmal aus Graz-Krambach, aus dem Headquarter der NTS. Mein Name ist Harald Reicher und ich darf Sie heute begrüßen zu einem VMware Explore Flashback, wie wir die Veranstaltung getauft haben, worum geht es. Vor rund einem Monat hat in Barcelona die VMware Explore stattgefunden und für uns als modernes Systemhaus, das einer der größten VMware Partner auch ist, ist es natürlich wichtig hier Informationen direkt an der Quelle abzuholen und zu schauen, was können wir dann in der Praxis bei unseren Kunden beraten und auch umsetzen. Gemeinsam mit drei Experten unseres Hauses darf ich heute durchs Programm führen. Die Experten werden dann unterschiedliche Themen berichten. In Summe darf ich Ihnen vielleicht ganz generell einmal diese Veranstaltung ans Herz legen. Erstens in einer wunderschönen Stadt in Barcelona und zweitens über 9000 Leute sind da, zum Beispiel dieses Jahr auch wieder dort gewesen, über 700 Sessions werden da angeboten. Und wir waren eben mit 15 Leuten vor Ort und haben versucht, da den Sukkus rauszuziehen und das wollen wir heute Ihnen eben näher bringen. Organisatorisch darf ich noch sagen, dass der Vortrag circa eine Stunde dauern wird und wir Sie bitten, Fragen, die während des Vortrags entstehen, in den Chat rein zu posten. Und wir werden dann am Ende des Vortrages haben wir noch genügend Zeit, um alle Ihre Fragen zu beantworten. Ja, dann lassen Sie uns eintauchen in die Reise nach Barcelona. Es geht hier quer durchs VMware-Portfolio von A wie Anywhere Workspace bis Z wie Zero Trust. Und ich darf als ersten Redner sozusagen da bei mir begrüßen den Christian Schuster. Er wird jetzt gleich durch die Agenda führen und den ersten Teil auch selbst vortragen. Herzlichen Dank und viel Vergnügen. Danke dir, Harry. Schönen guten Morgen, liebe Zuseherinnen und Zuseher. Ja, wir blicken zurück auf eine gepackte Woche oder gepackte Tage auf der VM Explorer. Hier noch ein Rückblick auf das Messezentrum in Barcelona, wo der Explorer jedes Jahr stattfindet. Wie schon gesagt, wir machen gemeinsam einen Blick durch das Portfolio der VMR und haben das auch ein bisschen mit Schmankern gespickt rund um Barcelona, falls der ein oder andere doch Barcelona nicht kennt. Und dazu schauen wir mal, was sich an sich bei VMR tut. Welche News es in Richtung Wies, Wies und NSX, also die Core-Produkte gibt. Die ganzen dieser drei Produkte stellen ja auch die Basis für VMR Cloud Foundation dar. Auch da schauen wir, was es für neue Entwicklungen gab. Das Thema moderne Applikationen oder Containerisierung spielt natürlich auch eine Rolle. Dann schauen wir uns den Arbeitsplatz der Zukunft, den modernen Arbeitsplatz an. Und wir wechseln dann unseren Blick in Richtung Cloud, wo auch das Thema Cyber Resiliency natürlich eine Rolle spielt. Sprich, wie kann ich meine On-Prem-Restrukturen mit einer Cloud vielleicht sicherer machen. Und nicht zuletzt kommen wir auch noch am Thema AI vorbei, wo die VMR auch einiges im Portfolio hat an der AI-Plattform. Den Vortrag heute darf ich mit meinen Kollegen gemeinsam machen, Dominik Steiner und Markus Schuh. Die werden sich dann in Kürze nochmal selbst vorstellen. Wir waren eben ein Teil dieser Messe. Und als VMware Partner, der Kollege Harry Reichert hat es schon angesprochen, investieren wir auch einiges in unsere Kompetenzen, in unsere Engineering Power, die wir haben im Haus. Wir sind mit einer Master-Service-Kompetenz ausgestattet im Data-Center-Virtualisierungsbereich, wo es geht um WSphere, WSAN, dann auch eben im Cloud-Native-Teil rund um Tanzu und den Kubernetes-Plattformen, aber genauso auch zum Thema Netzwerk-Virtualisierung rund um NSX. Und derzeit arbeiten wir an den Master-Service-Kompetenzen rund um VMware Cloud Foundation und VMware Cloud und AWS, also der VMware Stack bei den Hyperscalern. Schauen wir also hinein, was es generell Neues gab rund um VMware. Und der eine und der andere wird es schon mitbekommen haben aus den Medien. VMware ist jetzt ein Teil der Broadcom. Am 22. November ist die Übernahme der VMware durch Broadcom durchgewunken worden und abgeschlossen worden. Das heißt, da ist gerade ein Transformationsprozess am Werken, am Gehen. Business-Units werden übernommen, es werden Mitarbeiter übernommen, es wird das Portfolio ein bisschen angepasst. Das heißt, es sind gerade Zeiten, wo ein wenig Veränderung und ein wenig Anpassung, aber auch Evolution in eine positive Richtung passieren kann. Und diese Message hat auch Hock Tan, der CEO von Broadcom, mitgebracht nach Barcelona. Er war vor Ort in der Keynote und hat eben das Commitment der Broadcom für eine Investition in VMware, in das VMware Business, in die VMware Produkte sichergestellt und gesagt, das Wichtigste für sie ist Innovation, das heißt R&D, Weiterentwicklung der Produkte, neue Produkte, Streamlining von gewissen Produkten, die vielleicht etwas am Rand waren. Einfach da investieren sie in die Stärkung des Portfolios der VMware. Da spielen natürlich auch Partner und der Ecosystemgebung eine Rolle. Eben wir als VMware Partner, als Integrator, aber eben auch die Partner, mit denen VMware zusammenarbeitet, zum Beispiel eine NetApp oder die Hyperscaler, um eben Lösungen zu bieten, die besser funktionieren miteinander. Und am Ende des Tages sollen Sie, liebe Kunden, liebe Zuseher und Zuseherinnen profitieren, um die Daily Businesses und die Two Operations und den Betrieb einer modernen Infrastruktur, egal wo sie ist, zu verleichtern und zu simplifizieren. Das Thema Simplifizieren, da schauen wir jetzt auf eine brandheiße Neuigkeit, spielt auch in dieser Transformation des Produktportfolios eine Rolle. Erst gestern hat es dazu eine Ankündigung gegeben, dass eben das Portfolio angepasst wird. Es gibt es neu, vor allem Visio Foundation. Ich gehe da jetzt nicht in die Tiefe hineinschauen, weil wir da eben selbst auch gerade noch am Erachten sind, was das bedeutet. Einfach nur für Sie, dass Sie es mal gehört haben, dass Sie es mitnehmen können, es wird Anpassungen geben am Portfolio, es wird eine Reise geben und eine Staffelung geben, wo man sieht, für meine einfache Infrastruktur wird Visio Foundation ausreichen für komplexere Systeme, die zum Beispiel eine AI-Plattform hosten oder die eben spezialisierte Workloads haben, wird VMware Cloud Foundation der simplifizierte Weg sein und das simplifizierte Package, das man in Zukunft geben kann. Und wenn ich Bursting machen möchte oder wenn ich eine Migration oder eine Transformation Richtung Hyperskiller andenke, habe ich auch in den verschiedensten Hyperskillern, sei es Azure oder EWS, den VMware Stack zur Verfügung und kann da eben mit den VMware Cloud Produkten dasselbe Look & Feel und dasselbe Betriebsmodus auch in der Cloud nutzen. Und das ist eben der Weg, wo es jetzt hingeht mit diesem Portfolio, mit dieser Transformation und als Add-on habe ich dann die verschiedensten Produkte, die ich dazufügen kann. Wie gesagt, kleiner Happen, kleiner heißer Bissen, den es wie gesagt gestern erst neu gibt. Wir wollen uns jetzt aber trotzdem konzentrieren und zurückblicken auf die Explore. Da gab es die Fokusthemen und da ist natürlich das eine Thema, das in den letzten Jahren immer schon die VMware vorangetrieben hat, die Simplifizierung und die Verbindung und die Vereinheitlichung dieser Multi-Cloud-World mit dem Keyword Cloud Smart. Das heißt, VMware stellt sich als Vernetzer, nenne ich es jetzt mal, oder als Brückenbauer zwischen den verschiedensten Clouds her. Ob es jetzt die Private Cloud On-Premises, meine eigene Datacenter-Umgebung sozusagen mit vSphere und vSAN zum Beispiel oder ob es jetzt eben auch ein Hyperskiller ist wie eine Alibaba Cloud oder eine Oracle Cloud zum Beispiel auch. Da geht einfach die VMware mit ihren Produkten den Weg, dass sie diese Multi-Cloud-Services, das Simplifizieren, das große Cloud-Chaos, das es gab, wie die Unternehmen in Richtung Cloud schnell gewechselt sind, weil dort alles besser oder leichter zu betreiben ist, bis dann die Kostenexplosion kam. Das wollen sie einfach vereinheitlichen und vereinfachen, dass mit diesem Stack und mit den Produkten, die die VMware Portfolio hat, eben die Reise leichter ist und eben smart ist. Und smart ist natürlich auch ein Thema, das die KI treibt. Das Generative AI Thema war auch ein wichtiges in Barcelona, denn natürlich KI ist nicht nur JetGPT, sondern KI sind auch Tools, die im Unternehmensprozess, in ihren täglichen Prozessen einfach helfen können und helfen können, dass man zum Beispiel in einem Call-Center oder einem Contact-Center einen Bot dem Kunden bereitstellt und viel schneller Anfragen beantworten kann. Das heißt, es gibt verschiedenste Use-Kiss und verschiedenste Nutzungsgebiete für die KI und da hat man auch eben bei VMware sich damit auseinandergesetzt. Einerseits in Partnerschaften mit einer NVIDIA zum Beispiel, die natürlich ganz vorne mit dabei ist, aber eben auch Intel und andere, die von der Hardwareseite da mit unterstützen, wo man eben gemeinsame Stacks baut und darauf dann Large-Win-Language Models betreiben kann. Und das Thema AI kann man natürlich aber eben auch mit hineinnehmen in seine Doings und zum Beispiel KI unterstützen lassen, wenn es geht um schnellere Entwicklung durch automatisierte Code-Generierung. Da möchte ich natürlich, dass meine Daten in meiner Hoheit bleiben und eben meine Private-AI-Plattform On-Premise-Bauer, denn wir alle werden wahrscheinlich nicht unsere kritischen Business-Daten irgendwo in einer Cloud transformieren wollen. Das sind alles so Themen oder die wichtigsten Themen, um die es sich gedreht hat auf der VMware Explorer in Barcelona. Wir schauen jetzt schon in den ersten Produktbereich und dazu darf ich meinem Kollegen, den Dominik Steiner, begeben, was es Neues bei Wiesfair gibt. Bitte, Dominik. Ja, ja, nie darf ich mich kurz mal vorstellen. Ja, Dominik Steiner, bin von NTS Wien, hab als primäre Aufgabenbereiche VMware, deshalb stehe ich auch heute hier. Und eben zum Beispiel vor allem bei Wiesfair, NSX und Tanzu sind eigentlich so meine Daily-Doings, was ich im Alltag bei der NTS so mache. Nebenbei ein bisschen Cisco UCS noch, ein bisschen die Hardware-Schiene, darf natürlich auch nicht fehlen. Unten sieht man auch noch ein paar Zertifizierungen, die ich über die Läufe der Jahre, wo ich jetzt auch schon bei der NTS bin, gemacht habe. Das sind verschiedene Wiesfair Certified Professionals, aber auch zum Beispiel ganz unten, beziehungsweise auch rechts am Bild sieht man, dass ich heuer bei der VMware Explorer in Barcelona unter ungefähr 350 Teilnehmern, die eben bei dieser Challenge mitgemacht haben, den dritten Platz ergattern durfte und so eine große Lego 8080-Figur jetzt zu Hause stehen habe. Genau, das war es auch dann schon über mich. Starten wir rein. Jetzt fangen wir an mit der Sagrada Familia, wahrscheinlich das bekannteste, die bekannteste Sehenswürdigkeit in Barcelona. Passt zu unserem Thema. VMware Wiesfair, was eben auch sehr bekannt ist, beziehungsweise wahrscheinlich das bekannteste von der VMware. Genau, die Sagrada Familia, eventuell für Sie, wenn Sie es nicht kennen, ist eine römisch-katholische Basilika, wurde 1882 begonnen zu bauen und wurde von Antoni Gaudi entworfen. Genau, wie gesagt, das bekannteste am Anfang, Wiesfair. Ja, was Wiesfair ist, brauche ich jetzt wahrscheinlich nicht erklären, eben Wiescenter und der VMware ESXC Hypervisor. Ein paar Neuerungen dazu. Lange gewünscht, jetzt endlich eingetroffen. Azure AD-Unterstützung oder wie es jetzt neuerdings heißt, EntraID. Bietet mir zum Beispiel den Vorteil, dass ich jetzt auch mit Leichtigkeit eine Multifaktor-Authentifizierung ins Wiescenter reinbekomme. Ich muss nicht mehr zum Beispiel über einen LDAP-Proxy gehen, um eben zwei-Faktor-Authentifizierung zu bekommen. Außerdem, was auch noch ein Vorteil von dieser Azure AD-Federation ist, das Wiescenter hat meine Identität, beziehungsweise meine Zugangsdaten gar nicht. Ich bekomme einfach nur die erfolgreiche Anmeldung zugestellt, eben über den Identity Provider Azure. Ja, weiterhin gibt es natürlich die zwei alten Optionen, die IWA, die Integrated Windows Authentication. Die ist aber seit Wiesfair 7 deprecated und man sollte sie nach Möglichkeit nicht mehr verwenden. Jetzt ist auch ein guter Zeitpunkt dazu zu migrieren, eben mit Azure AD-Unterstützung. Weiterhin gibt es natürlich auch LDAP- und LDAP-S-Unterstützung. Das kann man ohne weiteres weiterhin verwenden, wenn man das so im Einsatz hat und man keine Federation- bzw. Multifaktor benötigt. Insgesamt gibt es damit jetzt mit dieser Azure AD-Hinzufügung drei Optionen für Federation. EntraID, eben das Azure AD als neueste Option. Okta, das ist mit Wies 4.8 U1, also Update 1 gekommen. Und eben ADFS, das ist generell schon mit Wies 4.7 gekommen. Genau, dann zur nächsten Neuerung, Configuration Profiles. Viele werden es kennen, einige eventuell auch einsetzen. Die Host-Profile, die Host-Profile sind etwas in die Jahre gekommen, könnte man meinen. Und vor allem, wer hat das natürlich gesehen und sich eine Neuerung dazu ausgedacht, eine etwas verbesserte Option, eben die Hosts zu konfigurieren auf Cluster-Ebene. Das nennt sich jetzt Configuration Profiles, ist Teil vom Wies 4 Lifecycle Manager. Also ein Image-Based Wies 4 Lifecycle Manager bzw. der Cluster als Image-Based gemanagt, ist er eine Voraussetzung. Dann kann ich diese Configuration Profiles benutzen. Wie man rechts auf den Screenshots sieht, denkbar einfach, Configure. Dann geht man auf die Configuration Profiles. Sagt einfach Create Configuration. Und dann kann man die ESXi-Hosts bereits auf Cluster-Ebene konfigurieren. Man kann dazu einen bestehenden Host hernehmen, der als Template quasi fungiert, wovon die Settings abgeleitet werden. Und dann kann man rechts unten im Bild Siebmanns zum Beispiel in dem Fall vier NTP-Server für den ESXi-Host konfigurieren. Das Ganze ist dann Desired-State-Config. Das heißt, man setzt eine Konfiguration, die man gerne hätte und die wird dann vom Wies Center bzw. vom Lifecycle Manager, um genau zu sein, Richtung Host gepusht und umgesetzt. Aktuelle Einschränkungen sind noch, dass der Distributed Switch manuell hinzugefügt werden muss. Bei den Host-Profilen konnte man auch die Distributed Switches direkt aufnehmen. Das ist aktuell noch ein manueller Task, ist aber supported mittlerweile. Bei Wies 4.8 ganz zu Beginn war das nicht supported, aber mittlerweile ist der Distributed Switch ganz normal supported. Das heißt, ich kann die Configuration-Profiles ohne weiteres einsetzen. Ein etwas größeres Problem in meinen Augen ist, dass NSX aktuell nicht unterstützt wird. Das heißt, wenn ich am Cluster NSX aktiviert habe oder aktivieren möchte, dann darf ich diese Configuration-Profiles aktuell noch nicht verwenden. Das wird wahrscheinlich mit dem nächsten Update eventuell 8 U3 oder vielleicht auch noch eine spätere Version 8 geliefert werden. Gut, das nächste Thema, auch sehr oft gewünscht, Zertifikatsmanagement im Wies Center. Da gibt es ja mehrere Optionen. Die bekannteste und am häufigsten verwendete Option ist, dass man einfach das Machine-SSL-Zertifikat, also das Zertifikat, das man im Browser sieht, wenn man auf das Wies Center zugreift, austauscht gegen ein CA-getrustetes Zertifikat im Unternehmen. Das war bis dato immer mit einer Downtime vom Wies Center verbunden. Zwar nicht lange, ich musste nur die Services neu starten. Manche Kunden starteten auch das ganze Wies Center neu, ist jedem selbst überlassen. Es mussten aber zumindest die Services neu gestartet werden. Das entfällt jetzt mit Wies 4.8 Update 2 komplett. Also ich kann einfach das Zertifikat auswechseln. Das wird komplett in place aktualisiert. Ich habe keinerlei Downtime. Und wie man am Screenshot in der Mitte unten sieht, zeigt das Wies Center dann einfach an, man soll einmal den Browser refreshen und dann ist das neue Zertifikat bereits trusted im Webbrowser angezeigt und verfügbar. Eine wirklich coole Neuerung. Ist jetzt nicht die größte Neuerung, aber auf jeden Fall praktisch. Nächste Neuerung, Wies Center Upgrade. Ähnlich zu den Zertifikatsthemen auch hin und wieder ein leidiges Unterfangen. Da wurden jetzt ebenso zum einen Verbesserungen angekündigt, zum anderen aber auch schon umgesetzt. Ich habe es zusammengefasst. Es gibt zwei Neuerungen. Zum einen die LVM Snapshots, also Logical Volume Manager Snapshots. Die Logical Volume Manager ist im Wies Center auf OS-Ebene vorhanden. Das heißt, ich kann die Datenbanken zum Beispiel, beziehungsweise auch andere Volumes, die in der VM verfügbar sind, Snapshoten auf OS-Ebene, also nicht auf Wies Center-Ebene im ESXi-Host, sondern wirklich auf OS-Ebene. Das heißt, ich habe einen sehr schnellen Rückstieg der Datenbank, sollte ein Upgrade schief gehen. Das ist jetzt die eine Neuerung. Sehr convenient, wenn man jetzt keinen Wies Center Snapshot erstellen möchte, sondern quasi in place gleich ein Rollback machen möchte. Die zweite große Neuerung ist die Reduced Downtime Upgrades. Meiner Meinung nach die größere Neuerung. Bis dato war es ja so, dass man, wie man eben im linken Screenshot sieht, immer ein Upgrade durchführen musste, indem man eben ins WAMI-Interface, Port 5.4.8.0 geht und dort das Upgrade startet. Jetzt gibt es eine Neuerung, ähnlich zu zum Beispiel von Version 6.7 auf 7, wie auch von 7 auf 8, kann man festlegen, dass man auch bei jedem kleineren Upgrade das Wies Center komplett neu deployed, also eine komplett neue VM erstellt und die Datenbank von der alten Appliance auf die neue migriert und dann einen Switchover macht. Das war jetzt aber auch immer mit Downtime verbunden. Das heißt, das alte Wies Center wurde heruntergefahren, das neue, beziehungsweise das neue ist schon gelaufen, aber das alte wurde heruntergefahren, dann wurde das Switchover gestartet, war auch irgendwo zwischen 15 Minuten, 20 Minuten Downtime schätzungsweise. Was jetzt verbessert wurde, es laufen nämlich beide Wies Center parallel und der Lifecycle Manager wartet dann auf mein Zutun, also er wartet dann darauf, dass ich auf Switchover klicke und erst dann passiert das Switchover und das funktioniert in unter 5 Minuten aktuell und das Ziel der VMWare ist es, unter 2 eventuell sogar ungefähr auf 1 Minute Downtime zu kommen bei einem Wies Center Upgrade, was dann wirklich sehr cool ist. Und da geht es nicht nur um Upgrades von 7 auf 8 zum Beispiel, sondern wirklich auch von 8 auf 8U1A, auf 8U1B und so weiter, also auch die kleineren Upgrades. Das wurde auch in einer Live-Dome-Demo hergezeigt, nebenbei wurde etwas gequatscht über die anderen Neuerungen und schon war das Update durch, also es war wirklich eine sehr, sehr kurze Downtime auch sichtbar. Ja, das nächste Thema, ähnlich oder im Zusammenhang mit dem vorherigen Thema, wenn man jetzt ein Problem hatte beim Wies Center Upgrade oder generell auch etwas, sich selbst kaputt gemacht hat auf der CLI oder wo auch immer und man zurücksteigen musste auf einen Snapshot vom Wies Center, keine Ahnung, zum Beispiel zwei Stunden davor, war es ja so, wenn dazwischen ein ESXE Host am Distributed Switch hinzugefügt wurde, dann war der Host nicht mehr im Distributed Switch dann verbunden nach dem Restore. Wie man auch im Screenshot in der Grafik in der Mitte sieht, wenn eben dazwischen ein Host hinzugefügt wurde zum VDS, war der danach dann nicht mehr sichtbar und ich musste den Host nochmal manuell neu hinzufügen. Das wurde jetzt verbessert mit Wies 4.8 Update 2. Wenn man jetzt zurücksteigt auf eine ältere Version, wo das Wies Center quasi in der Datenbank den Host noch gar nicht am Distributed Switch gesehen hat, wird die Config vom Host genommen und in die Wies Center Datenbank übernommen und man muss nicht mehr manuell eingreifen. Die zwei Screenshots zeigen jetzt, welche Alarme bzw. welche Fehler in Zukunft vermutlich nicht mehr auftreten werden. Das gehört dann der Vergangenheit an. Ich brauche mich nicht mehr darum kümmern. Ja, auch im Zusammenhang mit dem ganzen Private AI und Generative AI und so weiter, was eben die VMware auch sehr stark auf der Explore gezeigt hat, ist das Thema mit Grafikkarten in ESXE Hosts. Sei es jetzt eben, wie gesagt, für Private AI oder was auch immer oder für VDI-Umgebungen mit Grafikkarten. Grafikkarten in ESXE Hosts werden immer populärer, sehen wir auch bei unseren Kunden. Da hat VMware auch mit Wies 4.8 Update 2 einige gute Neuerungen gebracht. Bis dato war es ja so, dass man für DRS auf, wenn Vimotion bzw. DRS auf VMs eingreifen sollte, wo Grafikkarten attached waren, musste man ein Advanced Setting setzen und erst dann wurde eine Vimotion von Grafikkarten VMs möglich. Das ist jetzt nicht mehr so, beziehungsweise auch, es gibt mehrere Verbesserungen noch dazu. Zum Beispiel, wie man rechts in den beiden Grafiken sieht, hätte ich jetzt ein Placement, wie man von den grünen VMs sieht, wo eben jede VM zwei VGPUs hat, meine Hosts aber jeweils vier VGPUs hätten, war bis dato nicht möglich, diese VM zu schedulen. Also wenn ich die VM erstelle oder auch per Vimotion hinschieben würde, würde das nicht funktionieren. Das wurde jetzt verbessert. Wenn ich die jetzt erstelle, dann wird automatisch von DRS ein Vimotion angestartet, von der zwei VGPU-Maschine zu einem Host, wo eben noch Grafikkarten frei sind, damit ein gesamter Host für diese Maschine frei ist und sich damit das Scheduling ausgeht, die vier VGPUs eben zur Verfügung stehen. Das ist die eine Neuerung. Und die zweite Neuerung, man kann jetzt Stuntimes konfigurieren. Eventuell ist es meinem Benutzer dieser VM nicht egal, wenn er jetzt zum Beispiel fünf Sekunden warten muss, bis der Switchover passiert ist auf VGPU-Ebene, dann kann ich das jetzt konfigurieren. Also ich kann fixe Stuntimes, nennt man die unter ESXi, konfigurieren, die nicht überschritten werden sollen. Ansonsten passiert kein Vimotion auf einen anderen Host. Ich kann zum Beispiel festlegen, nie über zehn Sekunden darf das Vimotion dauern. Also der Stuntime, in der die VM wirklich nicht benutzbar ist, nicht das Vimotion an sich, sondern die Stuntime, wo quasi die VM gefreezed ist, das kann ich jetzt konfigurieren, was auch sehr, sehr praktisch ist. Ja, die nächste Neuerung, beziehungsweise die nächsten Neuerungen, habe ich jetzt hier auf dieser Folie zusammengefasst. Die wichtigsten habe ich eben davor erzählt. Jetzt noch ein paar, die auch interessant sind, aber nicht primär jetzt im täglichen Leben auffallen werden. Zum Beispiel Quickboot Support ist jetzt für Server mit TPM 2.0 verfügbar. Das war bis dato nicht der Fall, ist jetzt möglich. Eine neue VM-Hardware-Version ist zur Verfügung gestellt worden, wo zum Beispiel mehrere VN-VME-Devices jetzt hinzugefügt werden können, das früher eben auf weniger Devices beschränkt war. Den VCLS Retreat-Mode kann ich jetzt via UI konfigurieren. Also im vCenter kann ich jetzt sagen, die VCLS-Maschinen sollen mal alle gelöscht werden vom Cluster und neu erstellt werden, sollte es Probleme mit den VCLS-Maschinen für DRS eben geben. Für zwei Storage-Optionen gab es auch Neuerungen. VMFS hat jetzt eine massiv verbesserte CSPAS Consolidation Performance, das heißt Snapshot Consolidation Performance. Also auf VMFS 6 ist immer CSPAS zum Einsatz gekommen, bis dato auch schon. Jetzt ist aber die Consolidation Performance, also wenn ich einen Snapshot lösche, massiv gestiegen. Man spricht ungefähr von Faktor 3, was jetzt die Performance angeht. Bei NFS gibt es jetzt auch eine neue Option, nämlich N-Connect mit NFS V3. Das heißt, ich kann multiple Sessions aufmachen mit NFS V3, also ich kann mehrere Paare sozusagen öffnen. Das war nur mit NFS 4.1 bis dato möglich. Jetzt geht das mit N-Connect Unterstützung auch für NFS V3. Ist eventuell auch interessant für unsere Kunden, die zum Beispiel NetApp im Einsatz haben als DataStore Storage. Ja, ein paar kleinere Neuerungen noch zu Tanzu. Jetzt ist Tanzu auch supported mit NSX und dem Advanced Load Balancer. Bis dato war es eine Entweder-Oder-Entscheidung, also entweder möchte man den Advanced Load Balancer oder man möchte NSX als Grundlage. Das ist mittlerweile auch in Kombination möglich. Das war auch von meinen Tanzu Kunden eine sehr oft geforderte Neuerung beziehungsweise ein gefordertes Feature, das gefehlt hat. Für Kubernetes Persistent Volumes, das ist jetzt unabhängig von Tanzu, also auch wenn ich eine andere Lösung verwende und Visfir als Storage Provider verwende, habe ich jetzt zwei Neuerungen, die auch unendlich oft gefordert wurden. Ich kann jetzt V-Motion der Persistent Volumes machen. Das ging bis dato nicht. Das heißt, ich kann meine Persistent Volumes von einem DataStore auf einen anderen verschieben. Das war eben nicht möglich. Außerdem ist Unterstützung für Native Snapshots gekommen. Das heißt, ich kann jetzt die Persistent Volumes auf Storage Ebene nicht ganz, auf V-MFS Ebene beziehungsweise auch auf NFS Snapshotten und damit brauche ich keine Treiber mehr, die in meinen Kubernetes Snapshots durchführen, sondern ich kann wirklich auf Visfir Ebene Snapshots erstellen. Genau das sind die Neuerungen zusammengefasst jetzt für Visfir 8. Sollte es, wie gesagt, Fragen geben, dann gerne in den Chat. Das können wir dann gerne zu Ende bearbeiten. Ja, dann kommen wir zum nächsten. Park Güll, ebenso von Antoni Gaudi entworfen und bietet eine hervorragende Sicht über Barcelona. Vielleicht nicht die beste Sicht, aber auf jeden Fall mit gutem Ambiente dort, mit sehr vielen bunten Sternen. Ja, Visan ist das nächste Thema, ein etwas kürzeres Thema jetzt wie Visfir. Da gibt es zwei große Neuerungen, Visan ESA und Visan Max. Visan ESA kam bereits mit Visfir 8. Es gibt aber ein paar Neuerungen dazu und Visan Max ist jetzt ganz neu mit Visan 8 U2 gekommen. Kurz zu Visan ESA. Also für alle, die es nicht kennen, Visan ist grundsätzlich ein Software Defined Storage, Object Storage von Vmware. Das heißt, ich kann meine lokalen Disken im Server zusammenfassen per Software und einen Datastore meinen ESXi Hosts geshared präsentieren. Das heißt, alle meine ESXi Hosts im Cluster können auf die unterschiedlichen Disken lesen und schreiben. Also ich kann einen Storage Pool zur Verfügung stellen als Datastore. Bis dato, Visan OSA, also Original Storage Architecture und Express Storage Architecture. Der Unterschied ist, dass bei OSA eben Disk Groups verwendet wurden mit einer Cache SSD und dann einfach SSDs oder HDDs als Capacity. Meistens eben mittlerweile ESSD only, also All Flash. Aber trotzdem habe ich immer eine Cache Disk und dann mehrere Capacity Disks benötigt. Das fällt jetzt bei der neuen Architektur komplett weg. Also ich habe keine Cache Disken mehr. Ich habe einfach einen Storage Pool mit gleichwertigen NVMe SSDs und kann alle Storage Member gleichwertig ansehen und verwenden. Der Vorteil jetzt, dass wenn zum Beispiel eine Cache Disk ausfallen sollte bei der alten Architektur, dann war die ganze Disk Group offline. Das passiert jetzt bei der neuen Architektur nicht mehr. Wenn eine SSD kaputt wird, dann ist die Kapazität von dieser SSD einfach weg. Aber es passiert sonst dem ganzen Pool nichts. Es wird auch ein neues Filesystem verwendet, das Log Structured Filesystem LFS, wo es wiederum ähnlich zu dem Cache und Capacity Tier von vorher eben einen Performance Lag und einen Capacity Lag gibt. Es ist einfach eine andere Benennung, damit man es nicht verwechselt mit alten Architektur. Es ist ähnlich in der Funktionsweise, aber es ist wie gesagt nicht mehr in Hardware getrennt, sondern nur mehr in Software getrennt, weil NVMe grundsätzlich sehr viel Performance bietet. Die Voraussetzungen wurden jetzt auch mit der neuen Visan 8 Update 2 reduziert. Also NVMe only bleibt, genauso wie ESA Ready Notes. Es gibt aber jetzt kleinere ESA Ready Notes. Also für kleinere Außenstandorte zum Beispiel wird es jetzt auch interessant. Die NIC-Anforderungen wurden auch auf 10 Gigabit gesenkt. Vorher war das 25 Gigabit Voraussetzung. Ja, das war es schon zu Visan, ESA und OSA. Jetzt zur wirklich großen Neuerung, Visan Max, das ist sozusagen ein Shared Storage, wie man es zum Beispiel von einer NetApp kennt, nur auf Visan basierend und zwar auf Visan ESA basierend. Also das Visan Max kann keine Visan OSA mehr, sondern ich brauche wirklich Visan ESA, um damit arbeiten zu können. Wie man unten in der Grafik sieht, vielleicht kurz die unterschiedlichen Ausprägungen. Also ganz links hat man einen klassischen Visan OSA oder ESA Cluster, wo ich eben Compute und Storage auf den gleichen ESXi Hosts zusammengefasst habe. In der Mitte hatte man dann die Neuerung von Visan 7 bzw. Visier 7, wo ich auch Storage bzw. Visan Data Stores von anderen Clustern mounten konnte. Das heißt, ich konnte einen Compute-only Cluster bauen und einen Compute- und Storage Cluster. Also dort, wo ich meinen Visan Data Stores und Compute hatte und einen, wo ich nur Compute hatte und den Data Stores gemountet habe. Rechts ist jetzt das neue Visan Max. Ich kann einen kompletten Storage-only Cluster bauen. Also da laufen keine VMS drauf. Das ist nur ein Storage Cluster. Ich habe zum Beispiel 5 ESXi Hosts, 6, 7, 8 ESXi Hosts, die nur Storage bereitstellen, die nur den Data Stores bereitstellen. Und im Hintergrund wird dann wieder das Visan HCI Mesh, wie es schon seit Visier 7 verfügbar ist, verwendet, um eben den Data Stores zu mounten. Das kann dann auf mehreren Clustern basieren und so weiter. Da gibt es verschiedene Ausprägungen. Die Lizenzierung ist jetzt mit der Broadcom etwas vage, aber bis dato war die Auskunft so, dass es sich um eine Subscription handeln wird, pro Terabyte lizenziert wird und dass keine Visier Kosten für den Storage-only Cluster anfallen. Das heißt, ich muss nur Visan auf Terabyte lizenzieren und nicht ESXi zum Beispiel, weil ich dort eben eh keine VMS betreiben werde. Ja, das ist die große Neuerung jetzt, also Visan Max, ein sogenanntes Shared Storage könnte man es bezeichnen. Gut, dann kommen wir zum nächsten Ort bei unserer Rundreise durch Barcelona, die Casa Mila bzw. auch die Casa Batlo. Die zwei haben wir jetzt zusammengefasst. Wiederum ein Design von Antoni Gaudi, die zum Beispiel die Casa Batlo wurde, nein, die Casa Mila wurde von 1906 bis 1912, also in nur sechs Jahren, was für damalige Verhältnisse relativ schnell war, erbaut. Ja, jetzt zum Thema NSX. Network and Security, also NSX wird bei unseren Kunden vor allem für das Security Feature verwendet, manchmal auch für das Networking Feature, aber sehr oft zum Beispiel eben zur Mikrosegmentierung. Da kommen wir jetzt eh schon dazu. Welche Use Cases bietet mir VMware NSX? Also ich kann grundsätzlich, der Haupt-Use Case ist immer Mikrosegmentierung. Das kann ich jetzt auf unterschiedlichen Ebenen sehen. Für einen ist Mikrosegmentierung, ich muss wirklich auf Prozessebene segmentieren, wer mit wem kommunizieren kann. Für den anderen ist, naja, ich mache ein paar Vorlands und dann habe ich eh segmentiert. Ja, irgendwas dazwischen ist in meiner Definition Mikrosegmentierung. Also für mich ist Mikrosegmentierung, wenn ich innerhalb von einem Subnetz, innerhalb von einem Vorland die VMs untereinander abschotte, meistens mit sogenannter Applikationsisolierung. Das heißt, drei VMs, die zum Beispiel zu einer Applikation zusammengehören, die packe ich eine Security-Gruppe und diese Security-Gruppe darf dann mit anderen VMs in einer anderen Security-Gruppe, in einer anderen Applikation sozusagen nicht reden. Das ist für mich so das Mikrosegmentierung bzw. Zero-Trust-Thema. Ja, das ist sozusagen der Aufhänger von NSX Security schlechthin. Es gibt aber ein paar mehr Use Cases, die ich mit NSX noch umsetzen kann, zum Beispiel eine DMZ zu erstellen, also eine abgeschottete Umgebung, ohne jetzt wirklich etwas abschotten zu müssen, Vorland-technisch, IP-Basierungstechnisch und so weiter. Ich kann einfach VMs abschotten, zum Beispiel ein Kunde von mir im Gesundheitssektor hat alte Philips Röntgengeräte, die brauchen unbedingt noch einen Windows Server 2003, weil alles andere ist nicht supportet. Und die müssen natürlich jetzt abgeschottet werden, weil sie sich im gleichen Vorland wie zum Beispiel ein ERP-System befindet, was eventuell nicht ganz so gut ist. Kann ich mit NSX sehr schön lösen, indem ich die eine VM komplett abriegele mit Fahrwollregeln. Ja, ein weiterer Use Case, der auch häufig bei meinen Kunden zum Einsatz kommt, vor allem wenn sie auch Horizon im Einsatz haben, ist VDI, also virtuelle Desktop-Infrastruktur, beziehungsweise RDSH, Remote Desktop Session Host, also Terminal Server. Dort ist es eine gängige Praxis, sage ich jetzt mal, die Identity Firewall einzusetzen, das heißt, wenn ich jetzt mehrere Dienstleister zum Beispiel habe, die auf meinem Terminal Server oder auf meinem Jump Host Tasks ausführen können, dann kann ich das pro Active Directory User Gruppe einschränken, welcher Dienstleister darf netzwerktechnisch wohin, zum Beispiel der eine darf auf das SAP-System, der andere, keine Ahnung, nur auf irgendein anderes Motorsport-System oder was auch immer. Ich habe noch natürlich auch mehrere Möglichkeiten, wie Malware Prevention, UL-Filtering, TLS-Inspection und so weiter. Das würde aber jetzt den Rahmen sprengen und sei nur am Rande erwähnt. Ein weiterer und der letzte Use Case jetzt auf dieser Folie, Compliance-Themen, also NIST 2, von dem haben wahrscheinlich die meisten von Ihnen gehört, ist so ein Use Case, wo man auch NSX relativ gut einsetzen kann, um im Data Center eine Segmentierung zu erreichen, beziehungsweise auch zum Beispiel PCI DSS für eine Kreditkartenumgebung, wo ich die VMs speziell behandle, die eben zu dieser Kreditkartenumgebung in meinem Data Center gehören. Das Wichtigste zum Schluss, ich brauche keinerlei Änderungen am Netzwerk, also das ist wirklich ein USB von NSX. Ich brauche nichts ändern, ich brauche nur NSX aufsetzen, aktivieren. Ich kann sogar, wenn ich möchte, die gleichen Portgruppen verwenden, brauche die VMs nicht mal umhängen. Ja, es ist wirklich in zwei bis drei Stunden erfahrungsgemäß erledigt, dass man eben NSX aufsetzt und dann zum Firewall-Regeln-Schreiben kommt. Das dauert dann natürlich wieder länger, das ist Design-Konzepte und so weiter, das ist dann eher das Thema, wo die meiste Zeit dann eben verwendet wird. Genau, kommen wir zur Architektur von NSX, falls Ihnen NSX grundsätzlich nichts sagt, wie funktioniert das überhaupt, weil ich ja erwähnt habe, es braucht keine Änderungen am Netzwerk. Wie man hier sieht, hier hat man drei NSX-Manager, das sind im Prinzip nur virtuelle Maschinen, die zum Management der Umgebung beitragen. Also darüber laufen nie Daten, das ist nie meine Data Plane, das ist rein Control und Management Plane, wo ich eben Management Tasks ausführe. Hier habe ich meine ESX eHosts mit einem Distributed Switch und darüber dann der Distributed Firewall. So nennt sich die Firewall in NSX, weil sie eben verteilt auf den ESX eHosts hier unten läuft. Auf den ESX eHosts natürlich auch virtuelle Maschinen, eh klar. Wenn ich jetzt hier zum Beispiel diese VM und diese VM anschaue, dann sieht man, dass die eigentlich in der gleichen Portgruppe sind, also in dieser grünen Portgruppe in dem Fall. Und somit würde eigentlich, technisch handelt es sich nur um ein RAM-Copy, wenn jetzt diese VM mit dieser VM kommuniziert, weil es nie den Netzwerkstack verlässt, würde man den Traffic nie mitbekommen, würde man jetzt hier irgendwo eine Firewall reinstellen. Mit NSX ist es aber trotzdem möglich, diesen Traffic eben zu segmentieren, weil das Kernel-Modul der Distributed Firewall eben, wie gesagt, im Kernel läuft und den Traffic auf jeden Fall sieht und damit auch Regeln entforcen kann. Also das ist wirklich der schöne Vorteil von NSX, ich kann das einfach installieren. Wenn ich jetzt Visky sowieso im Einsatz habe, was bei den meisten Kunden eh der Fall ist, dann brauche ich nichts ändern und kann Firewall-Regeln schreiben, ohne die Netzwerkinfrastruktur an sich anfassen zu müssen. Gut, dann kommen wir zu drei Neuerungen, die jetzt heuer vorgestellt wurden. Zum einen die Multi-Tenancy, das wurde auch von meinen NSX-Kunden, bei den größeren zumindest, häufiger angefordert, dass man eben eine mehr oder weniger Mandantenfähigkeit in das ganze System reinbekommt, dass man eben Berechtigungen zum Beispiel auf verschiedene Firewall-Regeln delegieren kann. Das war bis dato nicht möglich, man konnte nur entweder Read- oder Read-Write-Rechte auf das ganze Firewall-Ruleset erstellen. Das geht mittlerweile, man hat sogenannte NSX-Projects eingeführt und innerhalb der Projects kann man verschiedene Firewall-Regeln und verschiedene Firewall-Sections zuteilen, auf die eben zum Beispiel dann Read-Write-Rechte bestehen und nicht mehr auf das ganze Ruleset. Ein paar weitere Funktionen habe ich auch noch draufgeschrieben, zum Beispiel Quotas zu setzen und so weiter. Aktuell nicht unterstützt und wahrscheinlich auch in Zukunft nicht unterstützt werden Fall-Land-Segmente, also Fall-Land-Port-Gruppen, weil Fall-Lands natürlich immer die gesamte Infrastruktur betreffen. Das kann ich nicht einem bestimmten Project zuweisen, das macht auch keinen Sinn. Außerdem die Identity-Firewall, die wird aktuell auch nicht von NSX-Projects unterstützt, weil das auch eher globalere Einstellungen sind, wo ich im Active Directory eben die Gruppen auswähle. Genau, rechts auch die Konfiguration dazu, wie es im NSX-Manager aussieht. Zweite Neuerung bei NSX. Ich kann NSX ja, wie vorhin schon erwähnt, beim Vis4-Kapitel auch mit Tanzu gemeinsam betreiben, das heißt NSX als Netzwerk-Stack für meine Tanzumgebung. Bis dato war es nicht möglich, Firewall-Regeln in NSX für Tanzu zu erstellen, wenn ich gleichzeitig auch Gruppen von meinen VMs verwenden wollte, also von meiner anderen virtuellen Infrastruktur. Das ist jetzt mit NSX 4.1 neu hinzugekommen. Ich kann ein gemeinsames Ruleset erstellen, zum Beispiel Source ist dieser Container und Destination ist diese VM, Drop ICMP oder Drop HTTP auf Layer 7 Ebene, was auch immer. Da habe ich sehr viele Möglichkeiten und das war eben auch ein großer Kritikpunkt immer. Wenn ich bis dato Firewall-Regeln für Kubernetes erstellt habe, dann war das nur möglich, wenn ich exklusiv ein Ruleset für diese Kubernetes-Umgebung gemacht habe. Jetzt mittlerweile, wie man hier auch sieht, sind das ganz normale Generic-Gruppen, wo ich tatsächlich dann die Container, in dem Fall zum Beispiel einen Ingress, drinnen habe. Ich brauche nicht mehr eine spezielle Andrea-Gruppe zu erstellen. Andrea ist übrigens das Container-Networking-Interface von der VMware. Ja, und jetzt zur letzten, beziehungsweise eventuell auch größten Neuerung. Das wurde zwar letztes Jahr schon vorgestellt, aber heuer auch wieder mit sehr vielen Verbesserungen untermauert. Das NSX- und DPU-Thema. Also man kennt vielleicht CPU, Central Processing Unit, auch noch GPU, Graphics Processing Unit. Jetzt kommt noch die DPU, die Data Processing Unit hinzu, die eben Netzwerk-Traffic, beziehungsweise auch andere datenbasierten Traffic offloaden soll auf eigener Hardware, um die x86-CPU im ESXi-Hypervisor entlasten zu können. Hier ist es eh schön dargestellt. Oben in der Grafik sehe ich, ich habe hier meine VMs laufen am ESXi-Host und zusätzlich auch noch Storage, vSAN-Data, NSX-Data mit Firewall-Regeln zum Beispiel. Das Host-Management an sich, also das 443, wenn ich mich auf den ESXi-Host verbinde, ja, und der Compute-Hypervisor, der dann eben den Hauptteil des ESXi-Hosts darstellt. Die Vision ist jetzt, alles das zu überführen, dass nur mehr der Hypervisor an sich am ESXi-Host, also am physischen Server läuft und alles andere auf diese spezielle Hardware, also diese Netzwerkkarte, diese DPU, Data Processing Unit, ausgelagert wird. Zum Beispiel eben das vSAN-Compressing von den Storage-Daten soll komplett ausgelagert werden. NSX-Firewall-Rule-Enforcement soll komplett ausgelagert werden. Es soll keinen 0%-CPU-Overhead am ESXi-Host an sich mehr geben. Und in weiterer Folge, irgendwann, in Zukunft, ist jetzt die Vision der VMware, beziehungsweise war die Vision der VMware jetzt wahrscheinlich der Broadcom, dass auch das Host-Management komplett auf die DPU ausgelagert wird. Das heißt, wenn ich mich per 4.4.3 HTTPS am Host verbinde, komme ich auf der DPU raus und die DPU verwaltet dann meinen Hypervisor. Also mit einer internen BMC-Connection soll dann die ganze Verwaltung des Hypervisors an sich passieren. Was man hier auch sieht, bei der oberen Grafik noch, ist, dass es in Zukunft auch möglich sein wird, per Metal-Server zum Beispiel in einem vSAN-Cluster einzubinden, was man jetzt auch eventuell schon etwas anteasert mit dem vSAN-Max-Thema, dass man eben zum Beispiel in einem per Metal-Linux-Server oder einem per Metal-Windows-SQL-Server zum Beispiel mit einer DPU ausstattet. Auf dieser DPU läuft ein kleiner ESXi-Kernel, ein ARM-ESXi-Kernel und der kann dann alle meine Services wiederum zur Verfügung stellen, komplett transparent vom OS an sich am Server. Das heißt, es wird dann möglich sein, zum Beispiel Firewall-Regeln nativ in NSX zu erstellen für einen per Metal-Server, der in meinem Rechenzentrum steht, wo gar kein ESXi draufläuft. Was eine sehr coole Vision ist, wenn das auch so umgesetzt wird, dann ist das wirklich wieder ein USB der VMware. Ja, jetzt die Vorteile, vielleicht noch kurz erwähnt, man hat grundsätzlich weniger CPU-Last am ESXi-Host, insgesamt dann auch natürlich weniger Server und weniger Stromverbrauch im Rechenzentrum an sich. Wenn man jetzt zum Beispiel Lea 7 Firewall-Regeln von NSX einsetzen möchte oder auch die IDS IPS-Features, also Intrusion Detection, Intrusion Prevention von NSX, dann braucht das alles CPU-Overhead. Der ist dann komplett auf Null reduziert am x86-Körner, weil direkt zur DPU durchgeleitet, wie man jetzt links unten in der Grafik sehen kann. Weniger latency auch insgesamt, weil der ganze Software-Stack wegfällt und zum Beispiel eben auf einem FPGA hardwaremäßig gefiltert wird, zum Beispiel Port-basierend Lea 4. Außerdem sagt die VMware, es gibt eine etwas bessere Security, weil es natürlich einen hardwaremäßigen Security-Gap gibt. Wenn ich jetzt zum Beispiel auf der DPU rauskomme mit dem Host-Management, dann bin ich ja noch nicht am Hypervisor an sich drauf. Ist natürlich jetzt etwas Augen aus Wischerei, aber grundsätzlich stimmt das schon, dass wenn eine Schwachstelle am SXI auftreten würde, dann befinde ich mich auf der DPU und nicht am Hypervisor an sich und habe dann noch keinen Zugriff auf die anderen VMs. Zukünftige B-Metal-Möglichkeiten habe ich vorhin schon erwähnt, dass man eben Visa aneinbinden kann und NSX-Regeln nicht erstellen können soll, später mal. Und das Wichtigste auch, Features bleiben erhalten. Einiges davon war ja bis dato auch möglich mit SRIOV, ja Pass-Through-Funktionen, dann waren aber Features reduziert. Also ich hatte auf der VM dann nicht mehr alle Features, zum Beispiel wie Motion, Snapshotting und so weiter zur Verfügung. Die bleiben mit dieser neuen Variante jetzt mit UPT V2, wie es heißt, also Universal Pass-Through Version 2, alle erhalten. Hier unten in der Grafik, ich habe es schon kurz erwähnt, sieht man auch noch UPT V2, funktioniert dann wirklich ein komplett direktes Pass-Through zur Hardware, zur DPU runter. Es gibt dann auch noch technisch einen zweiten Modus, einen Multiplex-Modus, wenn einige Anforderungen nicht erfüllt werden würden, aber das wäre jetzt zu tief ins technische Detail. Das können wir gerne später besprechen, beziehungsweise auch privat, wenn wir jetzt in Kontakt treten. Später. Gut, dann übergebe ich wieder meinem Kollegen, den Christian, der weitermacht mit La Rambla. Grafias, Dominik. Ja, wir schauen weiter durch Barcelona. Die Rambla ist ja vielen vielleicht ein Begriff, eine Pachtstraße-Promenade durch das Zentrum von Barcelona, reichend vom Plaza de Catalunya bis zum Strand runter. Und dort gibt es die verschiedensten Möglichkeiten. Es gibt links und rechts jede Menge Restaurants und Cafés und Bars, die man genießen kann. Dann dazwischen stehen Blumenhändler, dann gibt es auf der anderen Ecke Straßenmusiker und Gaukler. Und ein wichtiger Punkt, den wir hier auf der rechten Seite sehen, ist der große Markt, der Mercat de la Bocaria, den wir sehr empfehlen können, wo es von Fleisch über Fisch bis hin zu Süßwaren die verschiedensten Leckereien gibt, die das Herz höher schlagen lassen. Wir schauen in unserer Reise weiter zu vor allem Cloud Foundation und Cloud Foundation werden einige schon kennen vom Namen her, aber nochmal für euch hier zusammengefasst, was ist Cloud Foundation an sich? Es basiert auf WS4, dem Hypervisor, den wir gerade gehört haben von Dominik. Dann kommt mit dazu die WSAN als Storage Layer und mit dabei ist auch NSX, also die NSX Features sind hier mit dabei als Bundle. Zusätzlich habe ich mit dem STTC Manager in VMware Cloud Foundation eine zentrale Management- und Verwaltungslösung und Betriebslösung auch mit dabei, wo das Ganze über alle diese Produkte, die hier mit dabei sind, integriert, automatisiert wird, wodurch ich ein wenig Standardisierung in mein Datacenter hineinbekomme. Gleichzeitig habe ich mit der VMware Cloud Foundation Plus Subscription auch die Möglichkeit, das Consumption-Based zu konsumieren und die Integration in die VMware Cloud-Konsole, wo ich eben auch die verschiedensten Betriebsmodi über verschiedenste Standorte hinweg zentralisiert abfahren kann. Eine Option mit dabei ist natürlich auch Tanzu, die Kubernetes-Plattform, die ich dann auf dieser Cloud Foundation-Plattform aktivieren kann und nicht zuletzt mit dabei auch die ARIA Suite oder vRealize, wie der alte Produktname war, wo ich eben die Betriebstools wie ARIA Operation oder ARIA Network Insights zum Beispiel mit dabei habe, um eben die Informationen, die Events, die Logs, die meine Systeme hier bieten als Software-Defined-Data-Center korrelieren, aufbereiten und wo ich meinem Betriebsteam zahlreiche zentralisierte Zugänge liefern kann, die wir eben dann brauchen für so ein modernes Datacenter. Ja, was gab es Neues bei VMware Cloud Foundation? Vor kurzem erst, ich sage mal, im Frühjahr hat es erst die Version 5.0 gegeben, jetzt haben wir schon Version 5.1. Also da gab es einen recht raschen Entwicklungsschritt bei Cloud Foundation und hier sind eben jetzt auch die letzten Versionen im Einsatz, die wir eben vorher auch mit den Updates von Dominik gehört haben. Also Wiesan 8 Update 2 NSX 4.1.2.1. Der ARIA Suite Lifecycle Manager ist mit dabei, das heißt, der kümmert sich auch darum, dass die ARIA-Produkte dementsprechend abgedatet werden und eben das Ganze zentralisiert verwaltet über den Software-Defined-Data-Center-Manager. Die wichtigsten Neuerungen jetzt in dieser Release 5.1 sind einerseits, dass Wiesan ESA Einzug gehalten hat, natürlich mit der Wiesan 8 Update 2 Version, das heißt, ich kann mir für meine Workloads-Domäne aussuchen, ob ich eine Wiesan OSA, also die Original Storage Architektur haben möchte oder ob ich eben mit NVMe meiner Workloads, der auf dieser Domäne läuft, zum Beispiel NVMe Power und mehr IOs zur Verfügung stelle. Das kann ich mixen, das kann ich, wie gesagt, je Workload-Domäne entscheiden und bin hier flexibel. Gleiches eben auch durch die Implementierung von NSX 4.1 ist auch das Offloading des NSX-Stacks auf die Distributed Services Engine, auf die DPUs möglich. Dann hat es noch Erweiterungen gegeben und Enhancements in Sachen Security. Also ich habe zum Beispiel jetzt in der Management-Domäne die Möglichkeit, dass ich den Netzwerk-Traffic zwischen Wiesan und NSX-Manager zum Beispiel separiere und eben segmentiere auch. Somit kann ich mein System noch sicherer machen, indem ich den Zugriff hier einschränke. Eine weitere Entwicklung oder Neuigkeit ist eben auch die Integration von Okta in die VM Identity Services. Das heißt, ich kann eben der klassischen Integration von Entry-ID oder eben auch Active Directory auch Okta jetzt integrieren und kann mit einer Federation zwischen Wiesan, NSX-Manager, STTC-Manager hin und her wechseln, brauche mich eben nur einmal anloggen und kann da wechseln. Und zusätzlich ist da eben auch die Möglichkeit mit dazugekommen, dass ich je Workload-Domäne auch eine unterschiedliche Identity-Source einrichten kann. Das heißt, ich kann die Dev-Umgebung zum Beispiel mit einer lokalen Identity-Source oder lokalen Domäne sozusagen installieren und wenn ich produktiv bin, dann eben mit der Okta-integrierten Authentifizierung. Wenn wir weitergehen in Richtung Workload-Domäne an sich oder Software-Kompatibilität an sich, da war es ja bisher so, dass das VCF ein bisschen als steif galt. Das heißt, strikte Vorgaben, was jetzt die Kompatibilitäten untereinander angehen, das ist natürlich gut, wenn man jetzt mehrere Sites hat, mehrere Systeme hat und das zentral verwaltet und betreibt natürlich, aber ich möchte vielleicht meine Dev-Umgebung auf einem neueren Software-Stand haben als die Produktiv-Umgebung und so kann ich eben einen Mixed-Mode fahren. Das heißt, ich kann zum Beispiel die Dev-Umgebung auf VCF 5.1 fahren, um längerfristig zu testen, wie meine Applikationen sich verhalten, wenn ich sie jetzt auf IS4.8 Update 2 updatee oder eben auf Tanzu in der neuesten Version und die Produktiv-Umgebung noch länger auf VCF 5.0 zum Beispiel belassen. Und für uns auch recht spannend, weil wir natürlich auch ein Partner von HashiCorp sind, ich kann jetzt Automatisierung auch mit dem Terraform-Provider durchführen. Das heißt, ich kann mit dem HashiCorp Terraform-Provider für VCF vom Grunddeployment weg der VCF-Domänen bis hin zu Erweiterungen mit neuen Hosts, Einführung von neuen Domänen oder Einführung von neuen Benutzern alles automatisieren. Das ist alles Community-getrieben. Das heißt, FME entwickelt er weiter, aber natürlich auch die Benutzer, die diesen Provider einsetzen und die entwickeln die ganze Geschichte weiter, dass da neue Features hinzukommen. Ja, das Allerwichtigste, was Cloud Foundation aber bietet, ist eben der Stack oder die Basis, das Layer, Foundation ist ja die Basis auf Deutsch übersetzt, für eben die Private-AI-Plattform. Und da ist eben dieses AI-Framework und dieses AI-Community, die VME da mit den verschiedensten Partnerschaften angeht, basierend auf VME Cloud Foundation. Das heißt, ich habe einen standardisierten, automatisierten Software-Stack darunter. Und jetzt gibt es eben seit kurzem auch eine Reference-Architektur, die die VME zur Verfügung gestellt hat. Das heißt, die VME AI-Labs haben da die Basis geschaffen, wo jeder darauf zugreifen kann, damit ich eine Grundlage habe, wie wir so einen AI-Stack in der Basis mal aufsetzen. Und dann kann ich schauen, welche Large Language Models zum Beispiel oder welche KI-Applikationen möchte ich auf meinem System betreiben und was sind die verschiedensten Spezifika, die man da dementsprechend aktivieren muss. Und da habe ich eben, wie gesagt, ein kleines Handbuch, das dann eben natürlich auch VME immer wieder weiterentwickelt, wenn es Neuigkeiten des Bezüges gibt. Diese AI-Foundation ist, wie gesagt, jetzt verfügbar. Es wird dann, hören wir später auch noch, ab dem ersten Quartal nächstes Jahr mit NVIDIA gemeinsam schon das erste Produkt sozusagen geben, was man fertig kaufen kann, wo eben diese verschiedensten Lösungen mit eingesetzt werden. Wir schauen weiter in unserer Reise durch Barcelona und natürlich für die Fußballfans unter uns ist das Camp Nou bekannt. Es wird zurzeit allerdings umgebaut. Das heißt, wenn Sie vorhaben, jetzt aufgrund unseres Webinars, dass Sie mit uns nächstes Jahr nach Barcelona reisen und da gerne vorbeischauen würden, muss ich Sie leider enttäuschen. Es wird zurzeit renoviert und erweitert auf 105.000 Plätze. Der FC Barcelona kann sich ja weiterhin über einen sehr guten Zulauf seiner Fans freuen. Bis Saison 2026, 2027, da wird es dann wieder eröffnet mit neuem Dach und neuer erweiterten Museum. Und das kann ich nur sehr ans Herz legen. Also ich war dort, bevor der Umbau gestartet hat, das Museum war auf jeden Fall sehr sehenswert. Und natürlich mit Hans Krankel ist ja auch ein bisschen ein Österreich-Bezug dort. Wenn wir schauen jetzt in unserer Reise durch die VMware-Portfolios weiter, dann spielen natürlich auch die modernen Applications eine Rolle. Und da ist die große Herausforderung, dass die verschiedensten Abteilungen da natürlich zusammenkommen. Ich habe meinen Entwickler, ich habe mein IT-Infrastruktur-Team, ich habe mein Plattform-Team, ich habe mein Security-Team, das in so einer modernen Applikationsplattform eine Rolle spielt. Und da muss ich eben schauen, dass ich die verschiedensten Anforderungen, sei es jetzt eine CRC-D-Pipeline, sei es jetzt der Security und Richtlinien, sei es jetzt der Access-Control, unter einen Hut bekomme. Und die VMware hat da eben einen Ansatz neu gewählt für Tanzu und für das Tanzu-Portfolio und gesagt, das Plattform-Engineering-Team ist der Fokus. Und der Fokus ist eben auch, dass ich eine zentrale Plattform, einen zentralen Zugang liefere für Entwicklung, für den Betrieb und für die Optimierung von modernen Applikationslandschaften. Das heißt, das Ganze basiert eben auf einem gesamtheitlichen Ansatz, wo die Entwickler ihre bekannten Tools und Prozesse haben, die können ihre eigenen Pipelines dort implementieren, die Betriebsteams, die sich darum kümmern, dass eben der Betrieb hochgehalten wird, dass das Ganze vielleicht eben auch hoch verfügbar ist, dass das über verschiedenste Clouds gespannt wird, je nach Anwendung, und automatisiert natürlich am besten und nicht zuletzt müssen wir eben auch schauen, dass das Ganze optimiert läuft, das heißt, keine Kostenüberbordung hat oder eben an Security-Guidelines oder eben Governance sich gehalten wird. Und da, wenn wir jetzt aus betrieblicher Sicht schauen, ist das Ganze mit Firmatanzo für Kubernetes Operations gelöst. Das heißt, die Grundlage einer Container-Plattform heutzutage ist ja nicht nur die einfache Runtime sozusagen, die ich unten hier sehe mit Tanzo Kubernetes Grid, sondern ich muss mich als Plattform-Team auch darum kümmern, wie wird das Ganze gemonitert, wie kommen meine Anwender überhaupt auf meine Applikationen, das heißt, der Ingress und der Load-Balancer muss ich regeln. Ich muss mich darum kümmern, wie die Container über das Netzwerk kommunizieren. Ich muss mich darum kümmern, wie die Container überhaupt bereitgestellt werden. Dann muss ich mich darum kümmern in Sachen Monitoring, Observability und eben auch vernetzte Service-Meshes, egal ob jetzt On-Prem-Mode in der Cloud. Und wenn ich, wie gesagt, mehrere Container-Umgebungen habe, sei es jetzt Tanzo zum Beispiel oder Native von Azure oder Amazon Web Services, dann möchte ich die eben auch zentral aus einem zentralen Mission Control, wie es bei VMware heißt, verwalten, Regeln aufsetzen, die für alle Umgebungen gelten und eben auch zentrale Benutzerverwaltung machen. Und da ist eben Tanzo Kubernetes Operations der Weg, in den man dann einschlagen könnte, wo man eben all diese Projekte, Produkte miteinander verpackt kriegt und eben auch den Enterprise Support von VMware mit dahinter hat. Was hat sich jetzt, wenn wir jetzt den Blick nochmal auf das Tanzo-Portfolio drehen, getan da in Barcelona? Da gibt es eben die, sagen wir mal, die großen Core-Blöcke. Das ist im Tanzo-Application-Service. Das passiert auf Cloud Foundry. Und da habe ich im Cloud, in diesem Tanzo-Application-Service, ein zentrales Developer-Portal, wo der Dev sich einloggen kann, sieht dort seine verschiedensten Projekte, an denen er arbeitet. Er sieht seine Produktivität und kann sich zum Beispiel eben auch fertige Code-Blöcke runterklicken und eben so in seinen Projekten bereitstellen. Das Ganze ist geknüpft mit sicheren Supply Chains. Das heißt, da kann das Plattform-Team eben die Regeln erstellen, zum Beispiel, dass Verschlüsselung eingesetzt werden muss oder gewisse Protokolle gesetzt werden müssen, wenn man eben entwickelt. Dazu dient eben auch der Plattform-Ops-Manager, den das Operations-Team da nutzen kann, um eben zu definieren, welche Applikation darf wohl laufen, welches Storage zum Beispiel oder welches Netzwerk wird eingesetzt und eben so die Guidelines für die Entwickler baut. Und am Ende des Tages bei der Application-Runtime wird geschaut, wie ist der Gesundheitszustand meiner Applikation. Gibt es irgendwelche Engpässe mit dem Traffic-Flow, gibt es irgendwelche Schwierigkeiten in Sachen Kommunikation und das Ganze wird eben da herausüberwacht aus dieser Application-Runtime. Wenn wir jetzt in Richtung Kubernetes schauen, gibt es die Tanzu-Applikation-Plattform. Da verhält es sich etwas ähnlich wie beim Tanzu-Applikation-Service. Das heißt, auch hier habe ich ein zentrales Dev-Portal. Auch hier habe ich meine Supply-Chains, die definiert werden von dem Platform-Engineering-Team. Tanzu-Kubernetes-Operations, haben wir gerade vorher gesehen, ist eben wie gesagt hier der zentrale Zugangspunkt, der zentrale Weg nach vorne für die Operations-Team, Betriebsteams. Und die Tanzu-Applikation-Engine kümmert sich eben darum, dass man Applikationen, die bereitgestellt werden, zum Beispiel in der richtigen Availability-Zone in Amazon Web-Services bereitstellt oder ob es jetzt einfach im applikationsfokussierten Kontext richtig platziert ist. Wir schauen weiter in Richtung Tanzu-Data-Services. Da haben wir einfach so die Services, die als, ich sage mal, plattformweise Services dazukommen. Das heißt, die eben meinen Betrieb unterstützen können. Da habe ich Tanzu-Greenplum, das eine Massive Parallel Processing-Plattform ist. Sprich, wenn ich jetzt eben eine AI-Plattform zum Beispiel betreibe, in einer kontraversierten Umgebung, kann ich hier umfangreiche Analysen und Data Warehousing umsetzen und habe das eben in einer hochperformanten Plattform zur Verfügung. Tanzu-Rabbit-MQ ist wahrscheinlich ein in einem Begriff, ein Message-Broker, der sich eben um das Verarbeiten des Traffics oder die Kommunikation zwischen den Applikationen kümmert. Da gibt es jetzt eben Neuerungen in Richtung IoT und Edge, die da eben auch in so einer Container-Plattform an der Edge bereitgestellt werden können. Die Tanzu-Database-Services mit Postgres, MySQL und Redis bieten wir eben Database-as-a-Service-Features zur Verfügung, wo ich eben mich dann mit einer Vektor-Datenbank zum Beispiel verbinden kann. Und Tanzu-Gemfire ist ein In-Memory Key-Value-Store, wo ich eben speziell für AI und ML-Workloads extremely performance-Sachen lese und Schreibgeschwindigkeit habe, wenn ich parallele Message-Queues brauche zum Beispiel. Ja, und jetzt haben wir noch einen Punkt, die Tanzu-Intelligence-Services. Das ist ein bisschen jetzt ein Renaming. Früher haben viele dieser Services waren da im ARIA-Portfolio aufgehängt. Jetzt haben wir hier mit den Tanzu-Guardrails eben Policies und Governance mit dabei, die eben in diesem Tanzu-Portfolio mit dabei sind. Wie gesagt, zentralisiert über alle diese Produkte hinweg Richtlinien, die für meine Organisation definiert werden sollen. Tanzu-Insights kümmert sich darum, dass eben die Plattformen analysiert werden, egal ob es jetzt die hauseigenen Tanzu-Applikationen sind oder Applikationen und Services oder ob es jetzt native Services von den Hyperskillern sind, die ich konsumiere. Tanzu-Transformer hilft mir bei der Applikationstransformation. Das heißt, ich könnte zum Beispiel mir mit Tanzu-Transformer anschauen, meine On-Premise-Datenumgebung, wenn ich einen Planschmiede in Richtung Amazon-Kubernetes-Servers zum Beispiel zu gehen, kann ich hier eben mit Tanzu-Transformer Analysen durchführen lassen und eben auch die Migration dementsprechend vorbereiten und durchführen lassen. Das heißt, das hilft mir bei der Transformation meiner Applikationen. Tanzu-Cloud-Health hilft mir bei der Kostenkontrolle. Das heißt, da wird analysiert, gibt es zum Beispiel ein Thema mit Ride-Sizing von virtuellen Maschinen. Da habe ich zu viel RAM meiner VM zugewiesen, die es eigentlich nicht braucht, um eben meine Kosten unter Kontrolle zu bekommen. Und zu guter Letzt haben wir hier eben auch noch den Tanzu-Applikation-Katalog. Das ist ähnlich wie, ich sage mal, die Images, die man früher bei den virtuellen Maschinen hat. Da habe ich eben hier mit dem Application-Katalog eine Repositorie zur Verfügung für meine Container, für meine Applikationen und kann eben zum Beispiel, wenn ich Open-Source-Container, die ich selbst noch ein bisschen anpassen möchte, weil sie nicht ganz sicher geschrieben sind oder an meine eigenen Unternehmensrichtlinien angepasst werden müssen, kann ich die hier zentral in meiner Application-Katalog zur Verfügung stellen. Und das Ganze wird eben, sagen wir mal, noch in den Arm genommen oder eben umfasst von dem, vor allem ja Tanzu-Hub oder früher auch als Aria-Hub benannt gewesen. Hier habe ich einen zentralen Zugangspunkt für alle diese verschiedensten Services. Das heißt, da habe ich mein, sagen wir mal, Single-Pain-of-Class-Dashboard. Ich sehe, wie geht es den Supply-Chains, ich sehe, wie geht es den Applikationen und kann dann in die verschiedensten Sub-Projekte hinein drillen und dann eben meine Analysen durchführen beziehungsweise wird eben auch die Daten, die gesammelt werden aus diesen verschiedensten Produkten, werden eben korreliert und aufbereitet, damit eben das Plattform-Engineeringsteam zentral gleich alles überblickt. So, weiter Blick jetzt auf das Modern Apps oder vor allem das Tanzu-Portfolio. Wir schalten jetzt weiter zu meinem Kollegen in unserer Außenstelle nach Regensburg und ich darf meinen Kollegen Markus Schuh übergeben. Kurze Vorstellung, mein Name ist Markus Schuh. Ich bin seit sechs Jahren mittlerweile bei der Firma INTS. Aufgabenbereiche in den letzten Jahren immer mehr das Thema Digital Workspace, Thema Allgemein, Frameware, also Virtualisierung, Tisto UCS, Netta und ja, alles was sonst da quasi in der täglichen Agenda steht. Thema Digital Workspace und Workspace Anywhere, wie die Nameinsgebung immer so schön bei der Frameware ist. Wir befinden uns noch immer in Barcelona unter dem Motto Workspace Anywhere. Was gibt es da Besseres, als wirklich von überall arbeiten zu können? In dem Fall am Strand. Deswegen dieses Bild. Wohin soll die Reise gehen? Anywhere Workspace, wie bereits erwähnt, setzt sich aus mehreren Produkten zusammen. Das Ganze unter dem Thema, wie kann ich Mitarbeiter so schnell wie möglich on-boarden beziehungsweise in einem produktiven Zustand bekommen. Und da haben wir mehrere Komponenten, die da sehr ausschlaggebend sind. Das Ganze setzt sich zusammen aus dem Thema Desktop-Virtualisierung. Jetzt kann man sagen, es ist nicht nur das Thema Desktop-Virtualisierung, sondern man kann genauso Terminal Services für das Ganze verwenden, wo man rein Applikationsstreaming macht oder wirklich Desktops zur Verfügung stellt. Deswegen auch da links oben im Blau gehalten, WordShot-Apps und Desktop. Da geht eben die Reise hin, dass man wirklich non-persistent Umgebungen hat und anhand von Gruppenrichtlinien und dergleichen aus dem Active Directory, den Usern Applikationen zuweist, die Informationen oder das Customize, was der User durchführt, in irgendeiner Art und Weise gecaptured wird und auf jeden geregelt, wo er sich anmeldet kann, egal, ob es jetzt wirklich physischer Laptop ist oder ob es virtuell ist oder wie gesagt, Windows 10, Windows 11 Laptop oder Terminal selber, dass die User Experience immer dieselbe bleibt. Der nächste Teil, der mittlere, Unified Adpart Management und Security. Da geht es darum, es ist diese Kategorie Workspace One, wie es so schön genannt wird. Da fällt drunter Workspace One Access und Workspace One UAM. UAM ist wahrscheinlich einigen bekannt unter dem ehemaligen AirWatch. Access ist früher bekannt gewesen und der Identity Manager, das Ganze ist jetzt ein bisschen mehr die Cloud gewandert, weil die lokale Variante doch teilweise bei der Implementierung sehr kompliziert war. Es wird sehr viel Schweiß investiert, dass das Cloud-basierend eher gepusht wird und weiterentwickelt wird als die lokale Variante. Access macht im Prinzip nichts anderes, als die ganzen Identity Provider miteinander zu verbinden. Also ob ich jetzt ein Azure AD habe und ein lokales Active Directory, weil es doch Einzweckungen gibt, wo es Azure AD neu aufgebaut wird und nicht gesündigt wird mit dem Lokal. Solche Sachen gibt es auch, dass man die auch abfackeln kann und was auch dazu kommt, dass man verschiedene MFAs hat, also mehrere Mutifaktor-Authentikäter, dass ich sage, okay, ich habe jetzt einen externen Mitarbeiter, ich habe internen Mitarbeiter, ich habe Mitarbeiter auf Wertsvertragsbasis und je nachdem, mit welcher URL das Tier in diesem Workspace sich anwenden oder andocken sozusagen, kommt dann ein unterschiedlicher MFAs. Weil extern ist zum Beispiel Thema SMS, da braucht nicht jeder die Applikation, intern kann ich zum Beispiel Franziskus Duo verwenden und Mitarbeiter auf Werksvertragsbasis kann ich zum Beispiel als MFAs den Multifaktor von Azure verwenden, nur als Beispiel. Was da auch dazu gehört, ist das Thema Endpoint Management. Wie gesagt, das hat früher AirWatch geheißen, Microsoft, also die ganzen Windows-Betriebssysteme waren nie ein Thema, dass man Compliance-Dichtlinien, Profile und so weiter definiert, hat alles immer super funktioniert. Mac war zwar bis zu einer gewissen Art auch administrierbar, wird aber wesentlich besser. Also auch diese Thema Update-Prozesse und dergleichen sind jetzt wesentlich besser implementiert. Und der dritte Teil bei den Planzen ist dann diese Digital Employer Experience. Da geht es halt wirklich darum, dieses Look and Feel für den User so optimal aufzubereiten, dass egal wo er sich anmeldet, egal wie er arbeitet, ob er das jetzt über eine Web-Oberfläche macht und in die virtuelle Abgebung hineinconnectet oder ob er in der Physik ist, dass er überall dasselbe Look and Feel hat. Als Tool noch dazu für die Administration ist das Thema Security. die Reizrichtlinie, die überprüft werden so ohne in der digitalen Welt, also in der virtuellen Welt als auch in der physischen Welt. Und das ist dieser Thema, diese Digital Employer Experience fällt. Da haben wir gleich den nächsten Slide dazu. Workspace One Security, das ist das, was ich eben erwähnt habe, dieses UAM, Workspace One UAM, wie gesagt bekannt als Airwatch, dass es wirklich auf jedem Endpoint, bei jedem Endpoint, jedem Betriebssystem verfügbar ist und man die Geräte dementsprechend administrieren kann. Es ist eine der wichtigsten Neuerungen, muss man sagen, sie haben das Thema Compliance und Administrierbarkeit von macOS sehr verbessert, muss man sagen. Also es ist schon annähernd an die Windows-Standorte herangekommen, was auch dazu gehört, Thema Security, wie ich es bereits erwähnt habe, Access, Thema Siegel, ist ein All-Multifaktor, was auch Thematik ist, ist In-App-Tunnel, sprich, ich habe auf meinem Handy, weil wir ja Mobile Devices auch administrieren, wo wir einen privaten Bereich haben, einen Unternehmensbereich oder es ist komplett corporate-gemanaged, da werden Applikationen ausgerollt, entweder sind sie automatisiert ausgerollt oder man kann es aus einem App-Kontakt aussuchen, das Ganze und im Zuge dessen gibt es dann also Themen wie In-App-BPN, sprich, ich habe jetzt Rex oder Service-Dauer, das ist bei mir intern Betreib on-premise, kann ich sagen, okay, ich habe die Applikation, starte die Applikation am Handy und im Hintergrund wieder VPN-Tunnel aufgebaut ins Unternehmen und das macht die Applikation dann selbst, das kann man dann dementsprechend konfigurieren, so dass ich nicht jedes Mal am Handy hergegen, also Handy, Handy-Connect oder welche VPN-Lösung auch immer, dann VPN aufbauen und dann kann ich die Applikation starten, das kann ich so customisen, dass ich sage, okay, ich starte die Applikation, er baut der Tonlimiter und auf und das steht den Mitarbeiter mit möglichst wenig Auf- und Auf- zur Verfügung, dementsprechend mit Fingerabdruck und wie man es auch immer gern hätte, die Authentifizierung des weiteren Thema Risk-Score, Risk-Score, das Ganze bezieht sich auf Risikobewertung im Bereich Compliance, also man definiert eine Compliance-Baseline und sagt, okay, diese Richtlinie muss er erfüllen, dass er compliant ist und dass der Onboarding-Prozess komplett abgeschlossen ist und dann bekommt man eben anhand von den Updates und so weiter seine eigene Risikobewertung, wo es dann auch Rewards dazu gibt, das ist da dieser Intelligenz-Bereich, wo man da wirklich dementsprechend eine schöne Übersicht hat, egal wie viele DOSs das sind und dementsprechend pushen kann, auch die IJs in dem Fall und das Ganze in einen automatisierten Bereich bringt, womit man quasi zum, also Latest News zum Thema Next Generation Mac-Management, das ist das, was gerade erwähnt wird, diese Orchestrierung von Mac ist wesentlich verbessert worden, ist mittlerweile auch verfügbar, Update-Management-Dashboard, also ich sehe jetzt mittlerweile in einem schönen Dashboard, wie geht es bei den Macs, die alle draußen haben, in den Freienfeldern, es ist jetzt wesentlich besser aufbereitet und wie gesagt, das mit der Orchestrierung funktioniert es auch wesentlich besser und man kommt annähert schon an den Standardrad, den man mit Windows 10, Windows 11 erfüllen kann, weil das ja doch die breite Masse draußen im Felde hat und ja, schön langsam holen sie da auf und da ist, wie gesagt, annähert sind sie schon soweit. Third-Party Security-Based-Light-Tech, sprich diese ganzen Activision-Thematik und Ransomware-Protection Sachen, was auch im Mac-Bereich unterwegs ist, ist jetzt mittlerweile auch sehr gut implementiert, das ist halt noch in einem Beta-Stadium, muss man aber sagen, funktioniert soweit. Diese Hub-Health, da geht es darum, diesen Intelligent Hub, den ich vorher beschrieben habe, den gibt es jetzt mittlerweile für Mac auch, dass man wirklich auch so ein Applikations-Dashboard hat, wo man sieht, welche Applikationen stehen, mir habe es dort zur Verfügung und was kann ich für mich selbst installieren, was ist installiert und ich kriege so einen Zustand, wie geht es dem Mac, wie compliant bin ich und so weiter, weil das alles ein bisschen auf diese Automatisierung zielt, wo ich noch eine Folie dazu habe, dieser Autonomous Workspace, das ist eigentlich das, worum es im Grunde geht, dass ich sage, okay, Onboarding-Prozess, ich liefere meinem neuen Mitarbeiter den Laptop, er kann sie da anmelden, kann an der Webseite, in dem Fall Workspace war, kann temporär über die Web, also Web-basierend als ArtNormale 5, kann er schon produktiv werden, indem er sich auf die virtuellen Testtops oder Terminal selber verbindet, seine Applikationen zur Verfügung hat, im Hintergrund Profit passiert das Provisionieren oder Compliance Check, also alle Richtlinien auf dem Mac oder Windows erfüllt sein und während der Mitarbeiter quasi fröhlich am Arbeiten ist, wird sein Endgerät bereitgestellt und sobald er fertig ist, kann er dann automatisch umswitchen, weil durch diesen Dynamic Environment Manager, der das komplette Profil-Redirecting macht und einiges Hub-Tools, kann man das so aufbereiten, dass wirklich beim nächsten Mal durchstarten und anmelden mit seinem User, dass er dieselben Settings in der virtuellen Umgebung hat, also in der Physik. Was auch ein Thema ist, weil wir es vorher erwähnt haben, das Applikationsmanagement ist so, ich kann Applikationen an Art von Richtlinien zuweisen, die werden in der virtuellen Umgebung so zugewiesen, dass das über Active Directory ist, sprich ich melde mich an einer Windows Maschine an, habe meine Applikationssymbole, sobald ich dieses Applikationssymbol angekicke, das ist dann Apps on demand, schimpft sie das Ganze, wird im Hintergrund, in der virtuellen Umgebung eine VMTK, wo nur diese Applikation drin ist, auf die virtuelle Maschine oder den Terminal selber gepackt und der Mitarbeiter kann mit dieser Applikation dann arbeiten. Vorteil bei der Geschichte, wir befinden uns in der VMBA, also im virtuellen Desktop-Unfeld in einer Non-Persistent-Welt, heißt, wenn er sich vom Desktop abmeldet und der Desktop quasi im Hintergrund neu provisioniert wird, kann er aus dem bereitgestellten Pool, wo halt mehrere Maschinen drin sind, kann er sich in der selben Sekunde anmelden, kriegt dann eine neue Windows 10, Windows 11 Maschine und über diese ganze Dem- und App-Volume-Manager kriegt er dann die Applikationen und seine Settings alle bereitgestellt. Das ganze unterstützt jetzt auch Asia Virtual Desktop-Remote-Apps, also das Streaming in Asia und das ganze auch in Amazon. Das ganze basiert auf einem Store, der auch in der Cloud dann ist und dann hat von den Berechtigungen geringe User da dementsprechend die Applikation zugewiesen. Was auch sehr wichtig ist, es gibt immer wieder den Use-Case, dass persistent-Deskups gebraucht werden, primär für die Entwickler. Da ist es mittlerweile auch möglich, diese Applikationen über den App-Volume-Manager bereitzustellen, das hat früher nicht funktioniert, somit hat man wieder ein zweites Tool gebraucht für die Applikationsverwaltung. Das geht mittlerweile, ist zwar noch Beta, funktioniert aber sehr gut, also das ist schon getestet und das geht wirklich sehr, sehr smooth. Mittlerweile gibt es auch Trades im Asia-Marketplace, Sprich, ich kann Applikationen in meinen App-Manager laden und kann die auch in der Azure-Cloud zur Verfügung stellen. Das Ganze wird für Horizon Cloud Next Generation auch bald gegeben sein. Apps on Demand, was auch ein Thema ist, was bald kommt in einer Beta, ist, dass man wirklich Lizenzvermessung hat, das ist der Intelligenz-Teil, wo ich wirklich schöne Reports kriege, wann verwendet welcher User, welche Applikation und welche Lizenzen brauche ich wirklich, ist auf Kosten und Usability auch sehr interessant, dass man da wirklich eine schöne Auswertung bekommt. Wird ein Dashboard kommen mit schönen Reports, dass man das wirklich dementsprechend argumentieren kann, ja, der User braucht die Lizenz, braucht sie nicht die Lizenz oder irgendeine gesherte Variante, dass man auch Lizenzmodelle überdrehten kann und ein bisschen mehr Einfluss investieren kann. Ja, das war es dann eigentlich auch schon umgegelt. Herzlichen Dank, Markus. Sie sehen, wir sind live und schaffen sogar eine Schaltung nach Deutschland über die Grenze hinweg. Wir machen jetzt weiter mit unserer Rundreise durch Barcelona. Danke Ihnen erstmal fürs dranbleiben. Wir haben noch drei Punkte. Bleiben Sie dran. Es sind auch noch sehr spannende Themen, die jetzt noch kommen. Das erste wäre nämlich natürlich, dass wir mal auch in das gotische Viertel schauen, das älteste Stadtviertel von Barcelona mit sehr schönen, ja sagen wir mal verschnörkelten Straßen und kleinen Gassen dazwischen immer wieder kleine Geschäfte von Künstlern und Handwerkern. Also auch sehr empfehlenswert dort neben den Geschäften auch mal in die Tapas Bars dort zu schauen. Wir schauen jetzt weiter in Richtung vor allem Clouds und da ist es auch so, dass die VMA mit ihren Cross-Cloud-Services den Weg geht und sagt, unser Software-Defined Storage-Stack aus WSF, WSAN und NSX, den stellen wir bereit in den verschiedenen Hyperskillern, sei es jetzt der Amazon Web-Services, Microsoft, Azure, Google Cloud, Oracle Cloud oder Alibaba, die wir jetzt hier nicht drauf haben, aber der Gedanke dahinter ist, dass man dem Kunden dasselbe Look and Feel bietet, das er von On-Premise kennt, sprich, wenn man es jetzt in unserer Customer-Data-Center-Umgebung anschaut und wir uns vor allem bei Cloud und EWS anschauen, hat man auch in der Hyperscaler-Infrastruktur bei Amazon Web-Services WSF, WSAN und NSX mit einem WSAN zur Verfügung, das ist ein fix definierter Stack, es sind keine Shared-Cloud-Ressourcen, sondern ich bekomme hier eine bare-metal dedizierte Hardware, dort wird eben dieses Software-Defined Data-Center geformt, in wie gesagt Amazon Web-Services-Infrastruktur, das heißt, ich kann das egal wo auf der Welt konsumieren, dazu habe ich natürlich aber auch die Möglichkeit, dass ich die nativen EWS-Services konsumiere, sei es eben zum Beispiel ein klassischer S3-Packet, den ich integriere oder FSXN, also das NetApp-Betriebssystem oder das NetApp-Storage-Produkt in den EWS-Services, das Ganze wird verfeinert oder verbunden mit vor allem HTML-HCX, wo ich eine Technologie habe und wählen kann, möchte ich meine Forms on-premise oder eben in einer Cloud betreiben, also ähnlich wie es mit Vimotion zum Beispiel schon seit vielen Jahren on-premise bekannt ist und mit dabei in dieser Forms-Cloud und EWS-Subscription sind eben auch vor allem ARIA, also die Operations-Tools, die mir helfen, ich kann die Tanzu-Container natürlich dort genauso betreiben und habe eben auch die Drittprodukte mit dabei, das heißt, das Ganze vor allem bei Cloud und EWS zusammengefasst, ist eben wie gesagt dedizierte Hardware in EWS-Rechenzentren, aber basierend auf demselben Infrastruktur-Stack, den ihr IT-Team schon kennt, der Vorteil daran ist, dass ich mich nicht darum kümmern muss, es gibt regelmäßige Patch-Zyklen und Patch-Läufe von VMware, die VMware direkt durchführt, weil das Ganze eben wie gesagt von VMware betrieben wird, das heißt, ich muss mir nicht mehr anschauen, wann mache ich mein Wartungsfenster oder wann spiele ich welche Abhängigkeiten ein, sondern es gibt eben ähnlich wie es bei Cloud Foundation ist, einen definierten Software-Stack, der miteinander kompatibel ist, natürlich muss ich mit einem Augenzwinker nicht mehr schauen auf meine Applikationen, dass die das auch aushalten, sprich die hoch verfügbar einfach bauen, dass da diese Patches, die durchgeführt werden oder diese Patch-Läufe dementsprechend realisiert werden können. Die Integration von den AWS-Service und die Cloud-Like Consumption, das ist natürlich auch ein großer Vorteil, den ich hier habe. Ich kann zum Beispiel zwei, drei Hosts fix haben und wenn ich irgendwelche Groß-Events habe oder irgendwann mal was testen möchte, kann ich auch On-Demand mir zusätzliche Hosts dazunehmen und die eben nur für den gewissen Zeitraum bezahlen, den ich sie wirklich brauche und wenn ich sie nicht nur brauche, dann gebe ich sie zurück, also die Cloud-Flexibilität mit aber eben meinem bekannten Infrastruktur-Stack. Die Use-Cases, die wir hier sehen, ist natürlich klassisch die Data-Senter-Extensions, das heißt, ich habe meine On-Premise-Welt und wenn ich jetzt das Ganze ausfäden lassen möchte oder eben zusätzliche Kapazität einfach brauche, kann ich da einfach das On-Demand oder eben im Fall des Falles einfach weiter und wie gesagt integrieren WeSenter hier, WeSenter in der Cloud und das Ganze ohne viel Umlern-Schwierigkeiten, ich kann das Ganze eben aber auch für Konsolidierungen verwenden, wo ich eben sage, ich lasse die On-Prem-Hardware auslaufen, weil nach fünf Jahren zum Beispiel die Server jetzt nicht mehr erneuert werden sollen, sondern eben in eine Cloud gehen und wähle zum Beispiel aber auch da den Weg, wenn ich in irgendwelchen Antrittsstaaten Software stehen habe oder Infrastruktur stehen habe, dass ich das dann einfach nicht mehr in meinem Büro oder in meiner Umgebung selbst betreiben muss, sondern dort hinaus gelagert habe und eben durch vor allem betrieben habe. Ein weiterer Use-Kiss ist natürlich Disaster Recovery. Ich muss mich nicht mehr darum kümmern, dass ich meine zweite Site habe oder meine dritte Site, sondern ich kann dort einfach meine Applikationen in einer Cloud bereitstellen beziehungsweise eben migrieren und nicht zuletzt auch ist das Thema Applikationsmodernisierung ein Weg, den man da gehen kann, sprich ich lasse meine traditionellen Apps oder Programme auch On-Premise laufen, während ich die zukünftigen Entwicklungen in einer Kubernetes-Umgebung in einer Cloud zum Beispiel realisiere. Da gab es jetzt eben die große Neuigkeit, dass es zu den bestehenden Instance-Types, sprich wo eben diese Software-Defined-Data-Center Stack fix mit dabei ist, i3 und i4 ist der aktuelle, eben eine neue Instanz gibt für zum Beispiel KI-Workloads, das heißt hier habe ich eben zum Beispiel kein Visan mit dabei, sondern ich habe einen Prozessor der aktuellen Generation, habe 384 GB RAM mit dabei und kann da zum Beispiel die Intel Advanced Matrix Extensions nutzen, das ist eben in der Intel CPU ein spezieller Beschleuniger, der eben ausgelegt ist für KI-Workloads und das Ganze eben dort mir die Möglichkeit bietet, dass ich meine KI-Workloads eben dorthin auslagere. Was ich hier auch betrachten muss, ist, dass ich natürlich, wenn ich jetzt keinen Internet-Storage auf diesem Server habe, muss ich natürlich Daten irgendwo herbekommen beziehungsweise ablegen und da kann ich ihn integrieren mit dem vor allem Cloud-Flex-Storage, das eben auf der Tetrium-Technologie passiert oder ich integriere das schon vorher angesprochene FSXN und inkludiere da die NFS Data Stores. Wir schauen weiter in unserer Reise durch Barcelona und hier haben wir jetzt das Castel de Mongeu. Es liegt ein bisschen nach oben auf einem Berg über dem Hafen und bietet mir eine schöne Aussicht, die ist im 18. Jahrhundert fertiggestellt worden und ähnlich wie dieses Schloss hier macht sich natürlich auch vor allem mehr Gedanken zum Thema Cyber-Resiliency und da gibt es das Produkt vor allem Disaster-Recovery wie vor allem man sieht die Ransom-Recovery-Strategie dahingehend, dass man sagt, ich habe meine On-Premise-Frames und eben wie wir schon vorher gehört haben, möchte ich mich nicht darum kümmern, dass ich eine Site habe, wo ich meine Air-Gap-Storage stehen habe oder Immutable also Veränderungsgeschützt stehen habe und zwar kann ich das eben in eine Cloud kopieren und wenn jetzt mal doch der böse Hacker kommt, werden die Backups, die ich vorher in die Cloud kopiert habe, potenziell wahlweise eben dann in VMware Cloud und AWS wiederhergestellt oder ich kann sie durch Empfehlungen, die mir dieses Produkt mitbietet, kann ich dann einesseits mal auswählen, welcher Restore-Point den ich gemacht habe ist der sicherste und welchen sollte ich auswählen, wo zum Beispiel noch keine verdächtigen Vorgänge aktiv waren und mit Instant Power On wird das eben geprüft und validiert mit Carbon Black und da kann ich das eben wie gesagt wahlweise in der Cloud wiederherstellen oder ich kann man das Ganze natürlich auch delta-basiert dann auch On-Premise Pro VM wiederherstellen lassen, wenn ich meine On-Premise-Umgebung wieder gesäubert habe und live habe. Hier haben wir die Architektur nochmal kurz aufgezeigt, also es gibt eben einen Connector, der sich On-Premise mit dem V-Center verbindet, der kümmert sich um die Replication, ich habe vor allem bei Cloud Disaster Recovery einen SAS-Orchestrator, das schaut ähnlich aus wie eben das vor allem V-Center, das Sie kennen und mit dabei ist eben Out-of-the-Box immer dieses Scale-out-Filesystem, das heißt, das ist ein fix abgesichertes Filesystem, da kann man nicht irgendwie sich mit einem S3-Explorer zum Beispiel hinverbinden, sondern das ist fix abgelegt und eben so immutable. Und wenn jetzt wie gesagt der Fall der Fälle kommt und ich eine VM zum Restoren brauche, kann ich mit dem Live-Mount diese VM eben aus diesem Storage herauskopieren, das wird, die VM wird gestartet und erst dann zahle ich auch für die Hosts, die da unterliegend werden. Das heißt, erst dann habe ich die Hosts zur Verfügung und zahle dort wie gesagt in der Cloud beziehungsweise wenn die Analyse abgeschlossen ist, da wird eben geschaut, ob irgendwelche Software am Werken ist oder irgendwelche Applikationen am Tun sind, die eben verdächtig sein können, dann kann ich wählen, ob ich es in der Cloud laufen lasse oder im On-Premise wieder unterkopiere. Das heißt, die Vorteile ist natürlich einerseits mal, dass ich mich nicht darum kümmern muss um den Betrieb meiner Storage. Ich habe hier schnelle Verfügbarkeiten, weil das wie gesagt eben kopiert wird oder gesichert wird in der Cloud. Das Ganze wird natürlich auch von vorhin bei Betrieben, das heißt, das ist ja ein SaaS-Service und ich habe hier Zugänge und Tools, die eben sagen wir meinem Betriebsteam bekannt sind und das Ganze wird als consumption-based dann verrechnet. eine Möglichkeit habe ich natürlich auch mit dem VMware Cloud Disaster Recovery mit dem Site Recovery Manager, wo ich eben in die verschiedensten Cloud-Umgebungen oder Availability Sons mir hier mit meinem Testing einfach mache für Disaster Recovery Pläne. Das heißt, ich habe zum Beispiel eine Produktivumgebung und eine Testumgebung und dort könnte ich mir eben einzelne VMs immer wieder hin replizieren und das dann auch potenziell wiederherstellen lassen. Die letzte News, was da war jetzt rund um VMware Cloud Disaster Recovery ist eben das neue Produkt Naming VMware Live Recovery. Das heißt, hier wird jetzt geschaut, das ist jetzt gerade noch in Ausarbeitung, hier wird einfach beim Hochkopieren des Backups sozusagen schon proaktiv in die Backups hineingeschaut und eben analysiert mit den Next-Gen Antiviren-Tools, ob da irgendwelche malicious Vorgänge mit drin sind, ob da irgendwelche bekannten Software-Erweiterungen drin sind, die auf eine Ransomware hindeuten und so kann man eben proaktiv auch schon bevor jetzt ein Angriff passiert seine Backups sichern und eben auf einen früher gehenden Snapshot wiederherstellen. Ich habe da auch die Möglichkeit, dass ich bis zu 2000 Snapshots Pro VMs habe, das heißt, ich kann da wirklich aus sehr vielen Snapshots auswählen in diesem Produkt. Wird, wie gesagt, jetzt noch fein definiert, das ist jetzt erst mal vorgestellt worden in Barcelona, aber potenziell auch für sie ein interessantes Produkt. Ja, last but not least auf unserer Reise heute durch Barcelona der Tibi Dalbo, einer von den Hausbergen von Barcelona. Da oben ist einerseits ein Vergnügungspark, ähnlich wie unser Prater in Wien, den man kennt. Andererseits haben wir noch die Kirche Sagarat Chor. Oben auf der Spitze dieser Kirche sieht man hier eine Isusstatue, also auch sehr empfehlenswert und dann gibt es auch noch einen Fernsehturm, mit dem man einen schönen Blick rund um die Stadt auch noch genießen kann. Wir haben, wie gesagt, auch das Vergnügen nochmal in das Thema Private Eye oder AI-Plattformen an Sicht hineinzuschauen und da gab es einige neue Vorstellungen auf der Explore in Barcelona. Chris Wolff ist ja da der Leiter dieser vor allem der AI-Labs, der ist jetzt auch eben im Falle vom Broadcom Transformation noch immer da und der kümmert sich mit seiner Truppe darum, dass eben da diese Weiterentwicklungen integriert werden und vorangetrieben werden mit den verschiedensten Patenschaften. Eines haben wir vorher schon gehört, es gibt diese Referenzarchitektur für die Private AI-Plattform, wo eben Schritt für Schritt eine Installationsanwendung mit vor allem der Cloud Foundation mit den AI-Stacks zur Verfügung steht, frei zugänglich und dann kann ich eben wählen, je nachdem, welches Large Language Modell ich darauf betreiben möchte, welche zusätzlichen Erweiterungen ich benötige. Zusätzlich ist eben diese Private AI-Community mit diesem AI-Open-Ecosystem dargestellt, wo eben vor allem gemeinsam mit den verschiedensten Partnern Weiterentwicklungen treibt und ein Teil dazu oder ein Teil ist jetzt eben auch eine Partnerschaft mit Google, wo es eben die Google LOI-OMNI Database oder Database OMNI das erste Mal On-Premise zur Verfügung gibt, das heißt, die ist jetzt auch in der Cloud Foundation basierten Private AI-Plattform verfügbar. Diese Datenbank ist eben einfach eine für High-Performance sondern Sectional Workloads wird die genutzt und gleichzeitig habe ich eben auch eine neue Möglichkeit mit Min.io, mit der Object Store, dass ich da eben die Daten für meine, die Data Lakes für meine KI-Workloads bereitstelle. Auch Hardware-seitig gab es noch einige News, das schauen wir uns gleich auch noch an. Wie schon gesagt, das Private AI-Ecosystem ist sicher einzigartig, wenn man sich das anschaut. Natürlich jeder der Hardware-Hersteller baut seine eigenen KI-Plattformen, aber die VMware bildet auch hier wieder diesen Brückenbauer, wo es darum geht, eben die Plattformen an sich bereit zu stellen, aber eben auch integriert VMware selbst die verschiedensten KI-Modelle, sei es zum Beispiel Starcoder, haben sie verwendet, um ihre eigenen Codes zu automatisieren und bereit zu stellen. Also da gehen die Entwicklungen wirklich in die verschiedensten Richtungen weiter und ein großer Schritt ist eben auch schon im Sommer auf der Explore in Las Vegas vorgestellt worden, das ist eben die Partnerschaft mit NVIDIA, mit der Private AI Foundation, wo man eben den Software-Defined-Stack von VMware mit Cloud Foundation basierend mit eben den verschiedensten Hardware-Möglichkeiten, zum Beispiel eine Dell, die wir auch als Partner haben, gepaart mit der NVIDIA AI-Plattform, AI-Enterprise-Plattform da nutzen kann, das heißt, da kommt ein komplettes Produkt zur Verfügung, das ich eben als Kunde dann eben auch beziehen kann, das Ganze ist fix validiertes Design und je nachdem, welche Use-Cases ich dann habe, kann ich dann die verschiedensten NVIDIA-Produkte darauf aktivieren. Ja, eine große Partnerschaft oder eine große Ankündigung war jetzt auch in Barcelona die Partnerschaft mit Intel, denn vielleicht wissen Sie es nicht alle, Sie haben in den Intel Xeon 4th Gen CPUs, die Safari Rapids auch genannt werden, eben diese Intel Advanced Matrix Extensions mit drinnen und da gibt es eben jetzt auch die Möglichkeit, dass ich ohne einer GPU gepaart mit vor allem Cloud Foundation KI-Workloads auf eben der klassischen CPU auslagere, die eben in diesem Beschleuniger läuft, da habe ich auch die Möglichkeit, dass ich die verschiedensten KI-Lösungen, die verschiedensten KI-Modelle auf einer Plattform betreibe, ohne dass ich jetzt GPUs habe, falls ich dann doch eine Alternative zu NVIDIA-GPU haben möchte, gibt es eben auch die Wahl mit der Intel Max Series GPU. Ja, wir sind jetzt am Ende unserer Reise durch die VM Explorer und auch durch Barcelona angekommen, einen Punkt habe ich noch, ähnlich wie der Columbo, last but not least, natürlich nicht zu vergessen, das ist gleich eine Einladung für Sie, die Vierer, die Messe in Barcelona ist etwas außerhalb vom Stadtzentrum, wo wir gerade unterwegs waren die letzte Zeit, aber so der Plan, nächstes Jahr am 4. November wird wieder eine VM Explorer stattfinden, ob sie dann noch VM Explorer heißt, wissen wir zur jetzigen Zeit nicht, da fix das Datum steht, also wenn Sie Interesse haben, ich kann es Ihnen nur sehr empfehlen, wir sind alle mit sehr viel Informationen und Emotionen zurückgekommen aus Barcelona und somit danke ich Ihnen für die Aufmerksamkeit, wir haben jetzt noch Fragen, dazu bitte ich nochmal den Dominik zu mir. Ja, genau, es gab ein paar Fragen zu Lizenzierungsthemen, da ist aktuell noch sehr vage, also da würde ich eher auf die nächsten Wochen noch vertrösten, da können wir dann genauere Sachen zu Visaneser Lizenzierung und so weiter, wie das jetzt in Zukunft aussieht sagen. Eine Frage kam noch zu den Host-Profilen, sollen die auf Configuration-Profiles proaktiv quasi jetzt schon umgestellt werden oder soll da noch gewartet werden? Grundsätzlich ja, man kann umstellen, wenn man alle Voraussetzungen erfüllt, also zum Beispiel eben, dass man keinen NSX im Einsatz hat und auch das Image-Based Management vom Cluster verwendet, also nicht mehr das alte, das deprecated quasi Baseline-Management vom Cluster, dann kann man durchaus umstellen oder wenn man zum Beispiel auch Probleme hat mit den aktuellen Host-Profilen, also ich habe einen Kunden, dort werden wir wahrscheinlich dann demnächst, wenn wir auf IS4.8 Update 2 gehen, auf die Configuration-Profiles wechseln, weil wir eben Probleme hatten mit den Host-Profilen, was das Netzwerk, die Netzwerk-Konfiguration an sich angeht. Ansonsten, wenn alles funktioniert, besteht im Grunde noch kein Bedarf, man kann natürlich wechseln. Ja, neben den Lizenzierungsfragen war es das. Super. Vielen Dank. Ja, wir sagen danke fürs dabei bleiben, auch wenn es ein bisschen länger als die angekündigte Stunde gedauert hat. Sie sehen, wir hätten noch ein paar Stunden mehr über die verschiedensten Neuigkeiten aus dem VIMA-Portfolio sagen können. Wenn Sie konkrete Fragen haben, gehen Sie auf den NTS-Mitarbeiter Ihres Vertrauens zu, unser Vertriebsteam oder natürlich unsere Engineers. Wir sagen nochmal Dankeschön fürs Dabeisein, bleiben Sie gesund und alles Gute bis demnächst. BDE 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 SZU Untertitelung des ZDF, 2020